Abschnitt 1 von Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen von Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach Abschnitt 1 Niemand hat nähere Ansprüche auf diese Schrift als Eure Herrlichkeit, in dessen Person die Vorsehung dem Jüngling ohne Kindheit und Jugend einen väterlichen Freund, einen vielvermögenden Beschützer gesendet hat. Jenseits des Meeres im schönen Alt-England haben sie ihm eine sichere Freistätte bereitet, bis die aufgehende Sonne der Wahrheit die Nacht verdrängt, welche über dem geheimnisvollen Schicksal dieses Menschen liegt. Vielleicht, dass den Rest seines zur Hälfte gemordeten Lebens noch Tage erwarten, um deren Willen er es nicht mehr beklagen wird, das Licht dieser Welt gesehen zu haben. Für solche Tat kann nur der Genius der Menschheit ihnen vergelten. In der großen Wüste unserer Zeit, wo unter den Gluten eigensüchtiger Leidenschaft die Herzen immer mehr verschrumpfen und verdorren, endlich wieder einem wahren Menschen begegnet zu sein, ist eines der schönsten und unvergesslichsten Ereignisse meines abendlichen Lebens. Mit inniger Verehrung und Liebe, Eure Herrlichkeit, gehorsamster Diener von Feuerbach Ende von Abschnitt 1 Abschnitt 2 von Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seenleben des Menschen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens Am Seenleben des Menschen von Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach Abschnitt 2 Kaspar Hauser Diesen Namen hat er bis jetzt beibehalten. Trug, als er nach Nürnberg kam, auf dem Kopf einen runden, mit gelber Seide gefütterten, mit rotem Leder besetzten, etwas groben Filzhut von städtischer Form, in welchem das halb ausgekratzte Bild der Stadt München zu sehen ist. Die Zehen seiner nackten Füße sahen aus ganz zerrissenen, ihm nicht anpassenden, mit Hufeisen und Nägeln beschlagenen Halbstiefeln mit hohen Absätzen hervor. Um seinen Hals war eine schwarzseidene Halsbinde geschlungen. Über einem groben Hemde, Fußnote Anfang, welches unbesonnenerweise angeblich wegen seiner schlechten Beschaffenheit samt den Stiefeln gleich in der ersten Zeit hinweggeworfen wurde, so verfuhr man mit Sachen, welche als Anzeigen äußerst wichtig werden konnten. Fußnote Ende Über einem groben Hemde und einer schon ausgewaschenen, rot getupften, zeugenden Weste trug er eine grautuchene Jacke, welche die Bauersleute Janka oder Schalk zu nennen pflegen, welche aber, wie sich erst später bei genauerer Betrachtung und nach Untersuchung von Sachverständigen ergab, der Schneider ursprünglich zu keiner Bauernjacke zugeschnitten hatte. Sie war ehemals, wie schon der liegende Kragen zeigt, ein Frack, dem man die Hinterteile abgeschnitten und dessen obere Hälfte eine der Schneiderei unkundige Hand mit groben Stichen wieder zusammengeheftet hatte. Auch die etwas feineren, gleichfalls grautuchenden Bantalons, wie Reithosen zwischen den Beinen mit demselben Tuche besetzt, gehörten wohl ursprünglich eher einem Bedienten, Reitknecht oder Förster und dergleichen, als einem Bauern. Kasper trug ein weißes, rot gegittertes Schnupftüchlein bei sich, mit dem Buchstaben K.H.-rot gezeichnet. Außer einigen blau und weiß geblumpten Lappen, einem deutschen Schlüssel und einem Papier mit etwas Goldsand, den wohl niemand in Bauernhütten sucht, fand sich in seiner Tasche ein kleiner hörnerner Rosenkranz und ein ziemlicher Vorrat geistlichen Segens, nämlich außer geschriebenen katholischen Gebeten mehrere geistliche Druckschriften, wie sie häufig im südlichen Deutschland zumal an Walfahrtsorten der gläubigen Menge für gutes Geld geboten werden. Einige ohne Druckort, andere mit den Druckorten Altöttingen, Burghausen, Salzburg, Prag. Ihre aufabbaulichen Titel heißen zum Beispiel Geistliche Schildwacht, Geistliches vergisst mein nicht, ein sehr kräftiges Gebet, wodurch man sich aller heiligen Messen etc. teilhaftig machen kann, Gebet zum heiligen Schutzengel, Gebet zum heiligen Blut und so weiter. Eines dieser köstlichen Geisteswerklein betitelt Kunst, die verlorene Zeit und übel zugebrachten Jahre zu ersetzen, ohne Jahrzahl, scheint auf das bisherige Leben dieses Jünglings, wie er es späterhin erzählte, höhnend anzuspielen. Dass nicht bloß weltliche Hände bei dieser Begebenheit mit im Spiele sein, ließ sich nach den mitgebrachten geistlichen Gaben nicht wohl bezweifeln. Der an den ungenannten Rittmeister der vierten Eskadron des sechsten Chevalégère-Regiments adressierte Brief, mit welchem in der Hand Kaspar zu Nürnberg auftrat, war nach Form und Inhalt folgender. Von der bayerischen Grenz, das Orte ist unbenannt 1828. Hochwohlgeborener Herr Rittmeister, ich schicke Ihnen ein Knaben, der möchte seinen König getreu dienen, verlangte er. Dieser Knabe ist mir gelegt worden, 1812, den 7. Oktober. Und ich selber, ein armer Taglöhner, ich habe auch selber zehn Kinder, ich habe selber genug zu tun, dass ich mich fortbringe, und seine Mutter hat nur um die Erziehung das Kind gelegt. Aber ich habe seine Mutter nicht ertragen können, jetzt habe ich auch nichts gesagt, dass mir der Knabe gelegt ist worden, auf den Landgericht. Ich habe mir gedenkt, ich müsste ihn für meinen Sohn haben. Ich habe ihn Christlichen erzogen, und habe ihn seit 1812 keinen Schritt weit aus dem Haus gelassen, dass kein Mensch nicht weiß davon, wo er auferzogen ist worden. Und er selber weiß nichts, wie mein Haus heißt, und das Ort weiß er auch nicht. Sie dürfen ihm schon fragen, er kann es aber nicht sagen. Das Lesen und Schreiben habe ich ihm schon gelehrt, er kann auch mein Schrift schreiben, wie ich schreibe, und wann wir ihm fragen, was er werde, so sagte er, will auch ein Schwulische werden, was sein Vater gewesen ist. Will er auch werden, wenn er Eltern hätte, wie er keine hatte, wäre er ein gelehrter Bursche worden. Sie dürfen ihm nur was zeigen, so kann er es schon. Ich habe ihm nur bis Neumarkt geweist, da hat er selber zu ihnen hingehen müssen. Ich habe zu ihm gesagt, wenn er einmal ein Soldat ist, komme ich gleich und suche ihm heim, sonst hätte ich mich von meinem Hals gebracht. Bester Herr Rittmeister, Sie dürfen ihm gar nicht traktieren, er weiß mein Orte nicht, wo ich bin, ich habe ihm mitten bei der Nacht fortgeführt, er weiß nicht mehr zu Haus, ich empfehle mich gehorsamst, ich mache meinen Namen nicht kennbar, den ich konnte gestraft werden. Und er hat kein Kreuzer Geld nicht bei ihm, weil ich selber nichts habe. Es lag diesen Briefe zugleich folgender, mit lateinischen Buchstaben, jedoch wahrscheinlich von derselben Hand geschriebener Zettel bei. Das Kind ist schon getauft, sie heißt Kasper, ihnen das heißt einen Schreibname müssen sie ihm selber geben, das Kind möchten sie aufziehen, sein Vater ist ein schwulischer gewesen, wenn er 17 Jahre alt ist, so schicken sie ihm nach Nürnberg, zu sechsten schwulischer Regiment, da ist auch sein Vater gewesen, ich bitte um die Erziehung bis 17. Jahre, geboren ist er im 30. April 1812 im Jahr her, ich bin ein armes Mäklein, ich kann das Kind nicht ernähren, sein Vater ist gestorben. Das folgende Signalement ist nicht etwa aus den Polizeiakten genommen, wo dergleichen nicht zu finden ist, sondern aus meinen eigenen Beobachtungen und den schriftlich aufgezeichneten Bemerkungen anderer glaubwürdiger Personen. Fußnote Ende. Kasper Hauser war bei seinem Erscheinen zu Nürnberg vier Schuhe, neun Zolle groß und mochte damals vielleicht in seinem 16. bis 17. Jahre stehen. Ein ganz dünner Pflaum überzog Kinn und Lippen, die sogenannten Weisheitszähne fehlten noch und sind erst im Jahr 1831 hervorgebrochen. Seine hellbraunen, sehr feinen Haare, bäuerlich zugeschnitten, kräuselten sich in kleine Locken. Sein Körperbau, untersetzt und breitschulterig, zeigte ein vollkommenes Ebenmaß ohne irgendein sichtbares Gebrechen. Seine Haut war sehr weiß und fein, seine Gesichtsfarbe nicht eben blühend, doch auch nicht krankhaft. Seine Glieder, zart gebaut, die kleinen Hände schön geformt. Ebenso die Füße, welche keine Spur zeigten, dass früher ein Schuh sie beengt oder gedrückt habe. Die Fußsohlen waren ohne Hornhaut, so weich wie das Innere einer Hand und über und über mit frischen Blutblasen bedeckt, deren Spuren noch mehrere Monate später zu sehen waren. An beiden Armen zeigten sich die Narben der Impfung. An seinem rechten Arm fiel eine noch mit frischem Schorf bedeckte Wunde auf, die, wie Kaspar späterhin erzählte, von einem Schlag mit einem Stock oder Stück Holz herrührte, welchen der Mann, bei dem er immer gewesen, ihm gegeben, als er einmal zu viel Lärm gemacht habe. Sein Gesicht war damals sehr gemein und, wenn es in der Ruhe war, fast ohne Ausdruck. Die unteren Teile desselben traten etwas vor, was ihm ein tierisches Ansehen gab. Auch der stiere Blick seiner blaulichen, übrigens klaren, hellen Augen hatte den Ausdruck tierischer Stumpfheit. Fußnote Anfang Der Verfasser dieses äußerte damals den Wunsch, es möge Kaspars Gesicht von einem geschickten Porträtmaler gezeichnet werden, weil jenes sich gewiss bald verändern werde. Jener Wunsch blieb unerfüllt, diese Vermutung aber wurde bald wahr. Fußnote Ende Seine Gesichtsbildung änderte sich nach einigen Monaten gänzlich, der Blick gewann Ausdruck und Leben, die hervorragenden unteren Teile des Gesichts traten mehr zurück, und die frühere Physiognomie war kaum wiederzuerkennen. Sein Weinen bestand in der ersten Zeit in einem hässlichen Verzerren des Mundes. Bewegte aber irgendetwas Angenehmes sein Gemüt, so verbreitete sich über seine Miene eine lieblich lächelnde, aller Herzen gewinnende Freundlichkeit, der unwiderstehliche Reiz, der Freude eines unschuldigen Kindes. Seine Hände und Finger wusste er so gut wie gar nicht zu gebrauchen. Die Finger spreizte er steif und geradehin weit auseinander, mit Ausnahme des Zeigefingers und Daumens, deren Spitzen er gewöhnlich auf die Weise zusammenhielt, dass sie einen Zirkel bildeten. Wo andere Menschen nur einige Finger brauchen, bediente er sich der ganzen Hand, die er auf die ungeschickteste, verkehrteste Weise ihr Geschäft verrichtete. Sein Gang, ähnlich dem eines Kindes, das am Laufband seine ersten Versuche macht, war nicht sowohl ein Gehen als ein watschendes, schwankendes Tappen, eine peinliche Mittelbewegung zwischen Fallen und Aufrechtstehen. Statt beim Gehen mit der Ferse zuerst aufzutreten, setzte er mit gehobenen Beinen Ferse und Vorderfuß zugleich auf den Boden und stolperte, die Füße einwärtsgekehrt, mit überhängenden Oberleib und weit von sich hinweg gestreckten Armen, die er als Balancierstangen zu gebrauchen schien, langsam schwerfällig vor sich hin. Öfters fiel er in seinem Zimmerchen bei geringem Hindernis oder Anstoß der Länge nach zu Boden. Beim Auf- und Absteigen von Treppen musste er, noch lange nach seiner Ankunft, immer geführt werden. Und noch jetzt ist es ihm, ohne zu fallen, nicht möglich, auf dem einen Fuß zu stehen, den anderen zu heben, zu biegen oder auszustrecken. Bei einer erst noch im Jahre 1830 vorgenommenen gerichtsärztlichen Besichtigung der Leibesbeschaffenheit Kaspar Hausers ergaben sich unter anderem folgende höchst merkwürdige Eigentümlichkeiten, die auf sein Leben und sein Schicksal ein helles Licht zurückschwerfen. Das Knie, sagt das Gutachten des Dr. Osterhausen, hat eine besonders regelwidrige Bildung. Bei Streckung des Unterschenkels tritt in der Regel die Kniescheibe hervor. Bei Hauser aber liegt sie in einer beträchtlichen Vertiefung. Regelmäßig heften sich die vier Streckmuskeln des Unterschenkels als der äußere und innere Große, der gerade und tiefe Unterschenkelstrecker, Musculus vastus externus et internus, M. femoris et curalis, mit einer gemeinschaftlichen Sehne, nachdem sie sich mit der Kniescheibe verwebt hat, an den Höcker des Schienbeins an. Hier aber ist die Sehne getrennt, und die Sehne des äußeren und innengroßen Schenkerstreckers, M. vastus externus et internus, gehen an der äußeren und inneren Seite des Schienbeinknorrens herab, heften sich unter diesem an der Schienbein an, und zwischen ihnen liegt die Kniescheibe. Hierdurch, und da diese Sehnen ungewöhnlich stark ausgewirkt sind, entsteht jene Vertiefung. Wenn er mit ausgestreckten Ober- und Unterschenkeln in horizontaler Lage auf dem Boden sitzt, so bildet der Rücken mit der Beugung des Oberschenkels einen rechten Winkel, und das Kniegelenk liegt in gerader Streckung so fest auf dem Boden, dass am Kniebuch nicht die geringste Höhlung zu bemerken und kaum ein Kartenblatt unter die Kniekehle zu schieben ist. Ende von Abschnitt 2 Abschnitt 3 von Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen von Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach Abschnitt 3 Das Befremdende an K.H. bei seinem ersten Erscheinen zu Nürnberg gestaltete sich in den nächsten Tagen und Wochen zu einem dunklen, grauenhaften Rätsel, zu dessen Lösung man in mancherlei Vermutungen vergebens den Schlüssel suchte. Nichts weniger als blöd oder wahnsinnig, dabei so sanft, folgsam und gutartig, dass niemand versucht werden konnte, diesen Fremdling für einen wilden oder unter den Tieren des Waldes aufgewachsenen Knaben zu halten, zeigte sich an ihm, jene stets wiederkehrende Redensarten ausgenommen, ein so vollständiger, nur dem Zustand eines Pechereh vergleichbarer Mangel an Worten und Begriffen, eine so gänzliche Unbekanntschaft mit den gemeinsten Gegenständen und den alltäglichsten Erscheinungen der Natur, solch eine Gleichgültigkeit, solch ein Abscheu gegen alle Gewohnheiten, Bequemlichkeiten und Bedürfnisse des Lebens, dabei so außerordentliche Eigentümlichkeiten in seinem ganzen geistigen, sittlichen und physischen Wesen, dass man sich in die Wahl versetzt glauben konnte, ob man ihn für einen durch irgendein Wunder auf die Erde herabversetzten Bürger eines anderen Planeten oder für jenen Menschen des Plato nehmen solle, der unter der Erde geboren und aufgewachsen, erst im Alter der Reife auf die Oberwelt zum Licht der Sonne heraufgestiegen. Kaspar zeigte beständig gegen alle Speisen und Getränke, außer trockenem Brot und Wasser, den heftigsten Widerwillen. Nicht nur der Genuss, sondern auch der bloße Geruch unserer gewöhnlichen Speisen erregte ihm Schauder oder noch mehr, ein Tröpfchen Wein, Kaffee und dergleichen, heimlich unter sein Wasser gemischt, verursachte ihm Angstschweiß, Erbrechen und heftiges Kopfweh. Anmerkung Ende der Anmerkung Es versuchte jemand irgendwo ihm etwas Brandwein unter dem Vorwand, es sei Wasser, aufzudringen. Als man ihm das Glas an den Mund brachte, sank er ableichend um und wäre rückwärts in eine Glastüre gefallen, wenn man ihn nicht aufgefangen hätte. Als er einmal von dem Gefangenwärter war genötigt worden, etwas Kaffee in den Mund zu nehmen, wovon er kaum einen Tropfen verschluckt haben mochte, bekam er mehrmaligen Durchfall. Von einigen Tropfen stark mit Wasser vermischten Weizenbiers bekam er heftige Schmerzen im Magen und Hitze im ganzen Körper, wobei er über und über von Schweiß triefte, dann Frostschauder mit Kopfweh und starkem Aufstoßen. Sogar Milch, Gesottene wie Ungesottene, mundete ihm nicht und erregte ihm widerliches Aufstoßen. Man hatte ihm einst in sein Brot etwas Fleisch versteckt, Er roch dieses sogleich und bezeigte dagegen seinen lebhaften Abscheu. Gleichwohl nötigte man ihn es zu essen, worauf er äußerst leidend wurde. Bei Nacht, die für ihn regelmäßig mit Untergang der Sonne anfing und mit ihrem Aufgang erendigte, lag er auf seinem Strohsack, bei Tag saß er, die Füße gerade vor sich ausgestreckt auf dem Boden. Als er in den ersten Tagen zum ersten Mal eine brennende Kerze vor sich sah, ergötzte ihn die leuchtende Flamme. Er griff arglos hinein und verbrannte sich Hand und Finger, die er zu spät unter Schreien und Weinen zurückzog. Um ihn zu erproben, wurde zum Schein mit blanken Säbeln nach ihm gehauen und gestochen. Er blieb dabei ganz unbeweglich, blitzte nicht einmal mit den Augen und schien gar nicht zu ahnen, dass ihm mit diesen Dingen irgendein Leid geschehen könne. Anmerkung Man soll sogar einmal, was ich jedoch nicht zu verbürgen wage, ein Feuergewehr zur belustigenden Probe nach ihm abgeschossen haben. Ende der Anmerkung Als ihm ein Spiegel vorgehalten wurde, griff er nach seinem eigenen Spiegelbild und wendete sich dann nach der Rückseite, um den Menschen zu finden, der dahinter stecke. Was er Glänzendes sah, danach langte er wie ein kleines Kind und weinte, wenn er es nicht erreichen konnte oder es ihm versagt wurde. Einige Tage nach seiner Ankunft in Nürnberg wurde K. in Begleitung zweier Polizeimänner um die Stadt geführt, damit er vielleicht das Tor wieder erkenne, durch das er in die Stadt gebracht worden. Er wusste, wie man wohl hätte voraussehen können, keines von dem anderen zu unterscheiden und schien überhaupt an dem, was an seinen Augen vorüberging, keinen Anteil zu nehmen. Auf Gegenstände, die man ihm besonders nahe brachte, gaffte er stumpfsinnig und nur zuweilen mit neugierigem, befremdetem Blicke hin. Zur Bezeichnung lebender Geschöpfe, die ihm in die Sinne fielen, hatte er bloß zwei Worte, deren er sich dann und wann bediente. Was menschliche Gestalt hatte, ohne Unterschied des Geschlechts und Alters, hieß ihm Bur. Jedes ihm aufstoßende Tier, vierfüßig oder zweibeinig, Hund, Katze, Gans oder Huhn, nannte er Ross. Waren solche Rosse weiß, so bezeigte er wohlgefallen, schwarze Tiere erregten ihm Widerwillen oder Furcht. Eine schwarze Henne, welche auf ihn zukam, versetzte ihn in große Angst. Er schrie und machte die äußerste Anstrengung, um auf seinen ihm hier zu den dienstversagenden Füßen von ihr hinwegzulaufen. Seine Seele, nicht nur, sondern auch manche seiner Sinne schienen anfangs in gänzlicher Erstarrung zu liegen und nur allmählich erwachend, den Außendingen sich zu öffnen. Erst nach einigen Tagen fiel ihm der Schlag der Turmuhren und das Geläute der Glocken auf. Er geriet dadurch in das höchste Erstaunen, das sich in seiner aufhorchenden Miene und in Verzuckungen des Gesichts ausdrückte, bald aber in Sinnen des dumpfes Hinstarren überging. Einige Wochen später zog eine Bauernhochzeit mit Musik unter dem Fenster seines Wohnstübchens auf dem Turm vorüber. Horchend stand er plötzlich wie eine Bildsäule da. Sein Gesicht wurde wie verklärt. Seine Augen strahlten gleichsam sein Entzücken aus. Fortwährend blieben Ohr und Augen den immer weiter sich entfernenden Tönen zugewendet und schon waren die letzten Verhalt, als er noch lauschend unbeweglich stehen blieb, gleichsam als wolle er die letzten Schwingungen dieser für ihn himmlischen Laute in sich aufnehmen oder als habe die Seele ihren Körper in Erstarrung zurückgelassen, um diesen Klängen nachzuziehen. Gewiss nicht, um Kaspars musikalischen Sinn zu erproben, stellte man bei einer Wachtparade diesen Menschen, an dem sich bereits eine ungewöhnliche Nervenreizbarkeit offenbarte, in die Nähe der großen Regimentstrommel, deren erste Schläge ihn so erschütterten, dass er in Zuckungen verfiel und schnell hinweggebracht werden musste. Unter den vielen auffallenden Erscheinungen, die sich in den ersten Tagen und Wochen an Kaspar zeigten, bemerkte man, dass die Vorstellung von Rossen, besonders von hölzernen Rossen, für ihn von nicht geringer Bedeutung sein müsse. Das Wort Ross schien in seinem Wörterbuch, das kaum ein halbes Dutzend Worte umfasste, den allergrößten Raum einzunehmen. Dieses Wort wurde am allerhäufigsten bei den verschiedensten Gelegenheiten und Gegenständen von ihm ausgesprochen, und zwar nicht selten unter Tränen, in wehmütig bittendem Tone, als drücke er damit die Sehnsucht nach irgendeinem Pferde aus. So oft man ihm eine Kleinigkeit, eine glänzende Münze, ein Band, ein Bildchen und so weiter schenkte, sprach er, Ross, Ross, und gab durch Minen und Gebärden den Wunsch zu erkennen, diese Schönheiten einem Rosse anzuhängen. Kaspar, welcher nicht eben zum Vorteil seiner geistigen Entwicklung noch zum Behuf reiner Beobachtungen, wozu doch wohl die Seltenheit der Erscheinung aufforderte, täglich auf die Polizeiwachstube geführt wurde, wo er im Getös und Getümmel gewöhnlich einen nicht kleinen Teil des Tages zubrachte, wurde hier wie einheimisch und gewann sich bald unter den Bewohnern dieses Amtszimmers Zuneigung und Liebe. Das auch hier so oft wiederholte Ross, Ross, gab eines Tages einem der Polizeisoldaten, der sich mit dem seltenen Jünglingskinder am meisten zu tun machte, den Einfall, ihm ein weißes, hölzernes Spielpferd auf die Wachstube zu bringen. Kaspar, der sich bisher fast immer nur unempfindlich, gleichgültig, unteilnehmend oder niedergeschlagen gezeigt hatte, wurde beim Anblick dieses hölzernen Rosses plötzlich wie umgewandelt und benahm sich nicht anders, als hätte er in diesem Pferdchen einen alten, lang ersehnten Freund wiedergefunden. Ohne lärmende Freude, aber mit lächelndem Gesichte weinend, setzte er sich sogleich auf den Boden zu dem Pferde hin, streichelte, tätschelte es, hielt unverwandt seine Augen darauf geheftet und suchte es mit allen den bunten, glänzenden, klingenden Kleinigkeiten zu behängen, womit das Wohlwollen ihn beschenkt hatte. Erst nunmehr, da er das Rösschen damit ausschmücken konnte, schienen alle diese Dinge den rechten Wert für ihn gewonnen zu haben. Als die Zeit kam, wo er die Polizeiwachstube verlassen sollte, suchte er das Ross aufzuheben, um es mit sich nach Haus zu tragen, und weinte dann bitterlich, als er wahrnahm, dass er in seinen Armen und auf seinen Füßen zu schwach sei, um diesen seinen Liebling mit sich über die Schwelle der Stubentüre hinauszubringen. Anmerkung Er war noch lange nachher äußerst schwach in den Armen wie in den Füßen. Erst im September 1828, als er schon den Anfang mit Fleischspeisen gemacht hatte, waren seine Kräfte durch wiederholte Übung so weit gediehen, dass er ein Gewicht von 25 Pfund mit beiden Händen ein wenig vom Boden in die Höhe ziehen konnte. Ende der Anmerkung So oft er dann nachher die Wachstube zu besuchen kam, setzte er sich sogleich zu seinem lieben Ross auf den Boden nieder, ohne die Menschen um ihn her im Mindesten zu beachten. Stundenlang, sagt einer der Polizeisoldaten in seiner erst polizeilichen, späterhin gerichtlichen Vernehmung, saß Kaspar mit seinem Rosse spielend neben dem Ofen, ohne auf das, was um und neben ihm vorging, auch nur im Mindesten Acht zu geben. Aber auch auf dem Turm in seinem Schlaf- und Wohnstübchen versah man ihn bald, nicht bloß mit einem, sondern mit verschiedenen Rossen. Diese Rosse waren von nun an, solange er sich zu Haus befand, unausgesetzt seine Gesellschafter und Gespielen, die er nicht von seiner Seite noch aus seinen Augen ließ und mit denen er, wie man durch eine verborgene Öffnung in der Türe beobachten konnte, sich beständig zu schaffen machte. Ein Tag war darin dem anderen, eine Stunde der anderen gleich, dass Kaspar neben seinen Rossen mit gerade vor sich ausgestreckten Füßen auf dem Boden saß, seine Rosse beständig bald auf diese bald auf jene Weise mit Bändern, Schnüren oder bunten Papierfetzen schmückte, mit Münzen, Glöckchen, Goldflittern behing und darüber zuweilen in tiefes Nachdenken versunken schien, wie er diesen Putz durch abwechselndes Dahin- oder Dorthinlegen verändern möge. Auch führte er sie zum Öftern, ohne sich dabei von der Stelle zu bewegen oder seine Lage zu verändern, neben sich hin und her, doch sehr vorsichtig und ganz leise, damit, wie er später hin äußerte, das Rollen der Räder kein Geräusch verursache und er nicht dafür geschlagen werde. Nie aß er sein Brot, ohne zuvor jeden Bissen den Pferden an den Mund gehalten, trank nie sein Wasser, ohne zuvor ihre Schnauze hineingetaucht zu haben, die er dann jedes Mal sorgfältig wieder abzuwischen pflegte. Eines dieser Pferdchen war von Gips, dessen Mund denn bald vom Eintauchen erweichte. Er wusste nicht, woher dies komme, indem er wohl bemerkte, dass die Schnauze der anderen Rosse nass werde, doch nicht ihre Form verändere. Der Gefangenwärter, dem er weinend sein Unglück mit dem Gipspferdchen vorzeigte, gab ihm zu seiner Beruhigung zu verstehen, dieses Pferdchen möge kein Wasser, worauf er es denn zu tränken unterließ, indem er glaubte, es zeige ihm durch die am Mund sichtbare Verunstaltung seine Abneigung gegen das Trinken an. Der Gefangenwärter, welcher oft sah, wie Kaspar sich abmühte, die Pferde mit seinem Brot zu füttern, suchte ihm begreiflich zu machen, diese Pferde könnten nicht fressen. Allein Kaspar meinte ihn damit zu widerlegen, dass er auf die Brotkrumen deutete, die an der Schnauze seiner Pferde hängen geblieben waren. Das eine seiner Rosse hatte einen Zaum in dem weit geöffneten Maul. Er verfertigte nun auch seinem anderen Pferde einen Zaum aus zusammenhängenden Goldflittern und bemühte sich, dieses auf allerlei Weise zu bewegen, seinen Mund zu öffnen, damit er ihm den Zaum hineinlege. Ein Versuch, womit er sich zwei Tage lang unermüdlich plagte. Einst schlief er auf einem Schaukelpferde ein, fiel herab und quetschte sich am Finger. Da beklagte er sich, dass ihn das Pferd gebissen habe. Als er eines Tages mit einem anderen seiner Pferde über den Boden fuhr und dieses mit den Hinterfüßen in eine Lücke des Bodens geriet und vorne aufstieg, bezeigte er darüber die größte Freude und wiederholte dann beständig dieses ihm so merkwürdige Schauspiel, das er allen seinen Besuchern zum Besten gab. Da ihm der Gefangenwärter seinen Unwillen darüber bezeigte, dass er allen Leuten immer dasselbe vormache, unterließ er dieses zwar, weinte aber, dass er sein steigendes Pferd nicht mehr zeigen solle. Einmal fiel dieses beim Aufsteigen um, da kam er ihm mit eiliger Zärtlichkeit zu Hilfe und äußerte sein Leid darüber, dass es sich wehe getan. Er war vollends untröstlich, als er einmal den Gefangenwärter einem dieser Pferde einen Nagel einschlagen sah. Hieraus und aus vielen anderen Umständen ließ sich vermuten, was nicht lange nachher zu voller Gewissheit wurde, dass die Vorstellung von lebendigem und totem, beseeltem und unbeseeltem, von organischem und unorganischem, von Naturgegenständen und Kunsterzeugnissen sich in seiner Kinderseele noch seltsam durcheinander mische. Tiere unterschied er von Menschen bloß an ihrer Gestalt, Männer und Frauen an der Kleidung, die ihm wegen der mannigfaltigen, in die Augen stechenden Farben am weiblichen Geschlecht besser als am männlichen gefiel, weshalb er auch späterhin noch öfters den Wunsch äußerte, ein Mädchen zu werden, das heißt, Frauenkleider zu tragen. Dass aus den Kindern große Leute würden, wollte ihm durchaus nicht einleuchten und am hartnäckigsten widersprach er, wenn man ihm versicherte, dass er doch auch einmal ein Kind gewesen und dass er wahrscheinlich noch bedeutend werde, größer werden, als er jetzt schon sei. Erst einige Monate später überzeugte er sich davon, als er an einem an die Wand gezeichneten Maß nach wiederholten Proben die eigene Erfahrung von seinem noch dazu schnellen Wachstum gemacht hatte. Von Religion war nicht ein Fünkchen, von einer Dogmatik auch nicht das kleinste Stäubchen in seiner Seele zu finden, so sehr sich einige Geistliche gleich in den ersten Wochen nach seinem Erscheinen zu Nürnberg die unzeitige Mühe gaben, es in ihm zu suchen und aufzuregen. Von allen ihren Fragen, Reden und Predigen hätte jedes Tier nicht weniger verstanden und begriffen als Kaspar. Was er an Religion mitbrachte, bestand, wenn es ohne Lästerung dieses Namens so genannt werden darf, lediglich in demjenigen, was ihm dummfromme Bosheit bei seiner Aussetzung zu Nürnberg in die Tasche mitgegeben hatte. Es wird vielleicht nicht uninteressant sein, über Kaspar Hausers Benehmen, während seines Aufenthaltes auf dem Turm die Äußerung eines einfachen, aber verständigen Mannes zu vernehmen, des Gefangenwärters Hiltl, der ihn mehrere Wochen unter seiner Aufsicht gehabt hatte. Dieser äußert sich zum Protokoll unter anderem wie folgt. Bald nachdem ich den angeblichen Kaspar Hauser einige Zeit im Stillen beobachtet hatte, erlangte ich die Überzeugung, dass derselbe nichts weniger als simpelhaft und von der Natur verwahrlost, sondern vielmehr auf unbegreifliche Weise von aller Ausbildung und geistigen Entwicklung zurückgehalten worden sein müsse. Die unendlich vielen Belege und Erscheinungen anzuführen, welche sich mir aus den mit Hauser angestellten Beobachtungen hierüber unzweifelhaft ergaben, würde hier zu weit führen. Er hat sich in den ersten Tagen seines Aufenthalts bei mir gerade wie ein kleines Kind benommen und allenthalben die größte Natürlichkeit und Unschuld zu erkennen gegeben. Am vierten oder fünften Tage wurde er von dem obern, engern Verwahrungsort des Gefängnisturms in die tiefere Etage desselben, in welcher ich mit meiner Familie wohne, in ein kleines Zimmerchen gebracht, welches Vorrichtungen hatte, mittels deren ich ihn stets beobachten konnte, ohne dass er es wahrzunehmen vermochte. Hier habe ich ihn, dem mir vom Herrn Bürgermeister gegebenen Befehl gemäß, unbemerkt zum Öftern beobachtet und sein Benehmen, wenn er allein war, ganz unverändert gefunden. Er ergötzte sich an seinem Spielzeug für sich allein ebenso, als wie er dies in meiner Gegenwart natürlich unbefangen tat, denn wenn er in der ersten Zeit mit seinen Spielsachen ernstlich beschäftigt war, so mochte um ihn her vorgehen, was da wollte, er nahm davon keine Notiz. Doch muss ich bemerken, dass dieses Vergnügen an kindischem Spielzeug nur von kurzer Dauer war. So wie seine Sinne auf ernstere und nützlichere Gegenstände gerichtet und dafür empfänglich gemacht worden waren, hatte er am Spielen keine Freude mehr. Sein ganzes Benehmen war sozusagen ein reiner Spiegel kindlicher Unschuld. Er hatte nichts Falsches an sich, wie es ihm ums Herz war, so sprach er sich aus, soweit es nämlich seine dürftige Sprache zuließ. Einen sicheren Beleg seiner Unschuld und Unwissenheit gab er auch bei der Gelegenheit, als ich und meine Frau ihn das erste Mal entkleideten und seinen Körper reinigten. Sein Benehmen hierbei war das eines Kindes, ganz natürlich und ungeniert. Anmerkung Nicht lange nachher erwachte jedoch das Gefühl der Scham und er wurde nun so verschämt wie das zartfühlendste, keuscheste Mädchen. Eine Entblößung ist für ihn etwas Entsetzliches. Nachdem das wilde brasilianische Mädchen Isabella, welches die Herren Spix und Marzius mit sich nach München gebracht hatten, einige Zeit unter zivilisierten Menschen gelebt und Kleider getragen hatte, war sie nur mit der größten Mühe, durch Drohungen und Schläge dahin zu bringen, dass sie, um einem Zeichner zu stehen, sich entkleidete. Ende der Anmerkung Nachdem er das Spielzeug bekommen hatte und auch andere Personen zu ihm gelassen wurden, habe ich bisweilen meinen elfjährigen Sohn Julius zu ihm gelassen, der ihn denn gleichsam das Sprechen lehrte, Buchstaben vormachte und ihm Begriffe, soweit er selbst sie hatte, mitzuteilen suchte. Zugleich ließ ich manchmal mein dreijähriges Mädchen Margareta auf seine Stube kommen, mit der er anfangs sehr gerne spielte und die ihn Glasperlen an eine Schnur zu reihen lehrte. An dieser Unterhaltung fand er sobald keine Befriedigung mehr, als er sein totes Spielzeug satt hatte. In der letzten Zeit seines Aufenthalts bei mir hatte er seine größte Freude und Unterhaltung an Zeichnungen und Kupferstichen, die er in seinem Zimmerchen an die Wände klebte. Ende von Abschnitt 3 Gelesen von Eva K. Abschnitt 4 von Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen von Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach Abschnitt 4 Kaspar wurde auf dem Turm schon nach den ersten Tagen nicht als Gefangener, sondern als ein Verlassenes, Verwahrlostes, der Pflege- und Erziehungbedürftiges Kind behandelt. Der Gefangenwärter nahm ihn mit sich an seinen Familientisch, wo er zwar am Essen nicht teilnahm, doch gehörig sitzen, seine Hände auf menschliche Weise gebrauchen und manche andere Sitte gebildeter Menschen kennen und nachahmen lernte. Gern spielte er mit den Kindern seines Wärters, welche sich ebenfalls nicht ungern mit dem gutmütigen, durch seine große Unwissenheit, selbst Kindern posierlichen Jünglingen unterhielten und von welchen das Älteste, der elfjährige Julius, den Kaspar besonders lieb gewonnen hatte, sich das seiner kleinen Eitelkeit nicht wenig schmeichelnde Geschäft machte, diesem jungen, rüstigen Burschen, dem schon der Anfang eines Barts um das Kind sproste, das Sprechen zu lehren. Bald führte ihm die Neugier täglich, stündlich eine Menge von Menschen zu, von denen die wenigsten sich bloß mit dem Angaffen des zahmen Wilden begnügten. Die meisten machten sich auf mankerlei Weise, jeder auf seine Art mit ihm zu schaffen. Manken war er wohl nur Gegenstand der Belustigung oder nichts weniger als wissenschaftlicher Experimente. Doch gab es auch viele, die sich ihm vernünftig mitzuteilen, ihn geistig zu wecken und zur Mitteilung anzuregen suchten. Der eine sagte ihm Worte und Redensarten vor, die er ihn nachsprechen ließ, der andere suchte ihm durch Zeichen und Pantomimen oder, wie es sonst ging, Unbekanntes bekannt, Unverständliches verständlich zu machen. An jeder Sache, an jedem Spielzeug, womit die menschliche Teilnahme der guten Nürnberger dem armen Jüngling nahte, gewann er neue Gedankenstoße, wurde er um einige Begriffe und um mehrere Wortlaute reicher. Vorzüglich aber wurde in diesem lebhaften Menschenverkehr seine allmählich zu hellerem Bewusstsein erwachende Seele mannigfaltig zum Aufmerken, Reflektieren und Denken angeregt und durch das zunehmende, von Tag zu Tag höher gesteigerte Bedürfnis nach Mitteilung der Bekannte in dem menschlichen Geist instinktmäßig arbeitende, erfinderische Sprachmeister in immer reger Beschäftigung erhalten. Ungefähr 14 Tage nach Kaspars Ankunft zu Nürnberg führte sein günstiges Geschick ihm noch den würdigen Professor Daumer zu, einen jungen, denkenden Gelehrten, der in seinem menschlichen Herzen den Beruf fand, sich der geistigen Entwicklung, Bildung und Unterweisung dieses Unglücklichen anzunehmen, soweit der ungestüme Zutrang der Neugierigen und andere hemmende, störende Umstände dieses nur immer gestatten mochten. Und so müsste denn Kaspar weit weniger Regsamkeit des Geistes, keinen zu heißen Eifer, alles ihm Neue aufzufassen, kein so lebendiges, jugendlich-kräftiges Gedächtnis zum treuen Festhalten des einmal Aufgefassten besessen haben, als er zu allgemeiner Verwunderung wirklich zeigte, wenn er nicht in kurzem wenigstens so viel sprechen gelernt hätte, um notdürftig seine Gedanken auszudrücken. Freilich aber waren seine Sprechversuche geraume Zeit ein so lückchenhaftes, durftiges, kindisch-unbehülfliches Wortgehäcksel, dass man selten bestimmt wissen konnte, was er mit seinen durcheinandergeworfenen Redebruchstrücken ausdrücken wolle. Immer blieb dem Hörenden vieles zu erraten und durch Vermutungen zu ergänzen übrig. An ein zusammenhängendes Reden und Erzählen war bei ihm vollends gar noch nicht zu denken. Dem ersten Bürgermeister der Stadt, Herrn Binder, als Chef der städtischen Polizei, musste Kasper nicht bloß von Seite des menschlichen Interesses, sondern auch hauptsächlich in amtlicher Beziehung nahe am Herzen liegen und erwidmete diesem wunderseltenen Polizeigegenstande seine besondere Aufmerksamkeit und Teilnahme. Es war wohl von selbst einleuchtend, dass die alltäglichen Amtsformen für diesen nichts weniger als alltäglichen Fall nicht gemacht sein konnten und, um einigermaßen hinter das Geheimnis zu kommen, mit förmlichen Vernehmungen, Verhören und dergleichen amtlichen Prozeduren wenigstens vor der Hand nichts ausgerichtet werden könne. Fußnote Anfang Man hätte aber auch späterhin nicht den bedenklichen Versuch machen sollen, die bloßen Privatunterhaltungen in die scheinbare Form amtlicher Verhöre umzukleiden, was den in dieser Sache erwachsenen Polizeiakten ein seltsames Ansehen gibt. Fußnote Ende Herr Binder wählte wiederholtes Hin- und Herfragen, Auskunft über sein Leben und hierherkommen zu erhalten. Auch gelang es endlich nach vieler Mühe Herrn Binder oder er glaubte es ihm gelungen, aus den einzelnen Antworten und Äußerungen Kaspars den Stoff zu einer Geschichte herauszusaugen, welche bereits am 7. Juli desselben Jahres in einer öffentlichen Bekanntmachung der Welt mitgeteilt wurde. Fußnote Anfang Diese Bekanntmachung ist es, welche bisher allen über Kasper erschienenen Broschüren und Blättleins Nachrichten zur Grundlage gedient hat. Fußnote Ende Ist nun gleich in dieser amtlich bekanntgemachten Geschichte, wenn man sie so nennen will, manches Unglaubliche und Widersprechende ist bei manchen nur allzu ausführlich und zuversichtlich gegebenen Einzelheiten nicht wohl auszumitteln, wie viel davon dem Antwortenden oder dem Fragenden gehören möge und war es davon wirklich aus Kaspars trüber Erinnerung geflossen oder ihm durch vieles Fragen unwillkürlich aufgeredet und eingefragt oder durch Vermutungen ergänzt und ausgemalt oder auch auf bloß missverstandenen Äußerungen dieses an Begriffen Bettelarmen mit den alltäglichsten Gegenständen der Natur und des Lebens damals noch unbekannten halbstummen Tiermenschen gegründet sei. So stimmt doch die erwähnte Geschichtserzählung im Ganzen und Allgemeinen das heißt was die wesentlichsten Hauptumstände betrifft mit demjenigen überein was Hauser in einem späterhin von ihm selbst verfassten schriftlichen Aufsatze niedergelegt bei den im Jahr 1829 mit ihm gepflogenen gerichtlichen Verhandlungen eidlich beteuert und dem Verfasser so wie vielen anderen Personen bei verschiedenen Gelegenheiten immer mit sich selbst übereinstimmend erzählt hat diese seine Angaben habe er erfahren dass es außer ihm und dem Manne bei dem er immer gewesen auch noch andere Menschen und Geschöpfe gebe solange er sich entsinnen könne habe er immer nur in einem Loch kleinem niedrigen Gemach das er zuweilen auch Käfig nennt gelebt wo er bloß mit einem Hemd und ledernen hinten aufgeschlitzten Hosen bekleidet und barfuß auf dem Boden gesessen sei Fußnote Anfang Nach Caspars umständlicher Angabe welche durch die an seinem Körper zurückgebliebenen unverkennbaren Spuren durch den ihm ganz eigenen Bau des Knies und der Kniekehle durch die nur ihm mögliche ganz eigentümliche Art auf dem Boden mit ausgestreckten Füßen zu sitzen vollkommen bestätigt wird hat er niemals auch nicht im Schlafe mit dem ganzen Körper ausgestreckt gelegen sondern immer wachend und schlafend mit gerade angelehntem Rücken gesessen wahrscheinlich dass die Beschaffenheit seines Lagers und eine besondere Vorrichtung ihm diese Stellung notwendig machten er selbst weiß hierüber keine nähere Auskunft zu geben Fußnote Ende er habe in seinem Gemach nie einen Laut gehört gehört weder von Menschen noch von Tieren noch von sonst etwas den Himmel habe er nie gesehen noch habe er je eine Hellung Sonnenlicht wie zu Nürnberg wahrgenommen einen Unterschied zwischen Tag und Nacht habe er nie erfahren noch weniger habe er die schönen Lichter am Himmel jemals zu sehen bekommen neben ihm habe sich in dem Boden ein Loch wahrscheinlich mit einem Topf befunden in welchem er seine Notdurft verrichtet habe so oft er vom Schlafe erwacht sei ein Brot neben ihm gelegen und ein Krug mit Wasser gestanden zu weilen habe das Wasser einen sehr bösen Geschmack gehabt dann habe er bald nach dessen Genuss seine Augen nicht mehr offen halten können und habe einschlafen müssen Fußnote Anfang dass dieses Wasser mit Opium gemischt gewesen ließ nicht nur schon diese Erzählung vermuten sondern wurde auch späterhin bei folgender Gelegenheit zu vollkommener Gewissheit als Kaspar schon längst bei Professor Daumer lebte suchte ihm einmal sein Arzt einen Tropfen Opium in einem Glas Wasser beizubringen kaum hatte Kaspar einen Schluck von diesem Wasser getan so sagte er das Wasser da ist garstig das schmeckt ja gerade wie das Wasser das ich manchmal in meinem Käfig habe trinken müssen Fußnote Ende Wenn er hierauf wieder erwacht sei habe er wahrgenommen dass er ein reines Hemd anhabe und seine Nägel beschnitten seien Fußnote Anfang hieraus und aus anderen Umständen ergibt sich dass Kaspar während seiner Einkerkerung immer mit einer gewissen Sorgfalt behandelt worden daher erklärt sich denn auch seine lang bewahrte Anhänglichkeit an einen Mann bei dem er immer gewesen welche erst in sehr späten Zeiten nachgelassen hat doch auch jetzt noch nicht bis zu dem gerade dass er eine Bestrafung dieses Mannes wünschte er möchte nur diejenigen bestraft wissen auf deren Geheiß er eingesperrt worden ist der Mann aber habe ihm nichts Böses getan Fußnote Ende Den Mann der ihm Essen und Trinken gebracht habe er nie im Gesicht gesehen in seinem Loch habe er zwei hölzerne Pferde gehabt und verschiedene Bänder dabei mit jenen Rossen habe er sich solange er gewacht zu jeder Zeit unterhalten seine einzige Beschäftigung sei gewesen sie neben sich herlaufen zu lassen und die Bänder die er gehabt ihnen bald so bald anders aufzulegen oder umzuknüpfen so sei ihm ein Tag wieder andere vergangen er habe aber nichts vermisst sei nicht krank gewesen habe ein einzig Mal ausgenommen nichts von Schmerz empfunden und überhaupt sei es ihm da viel besser gegangen als auf der Welt wo er so viel zu leiden habe wie lange er in dieser Lage gelebt wisse er nicht weil er keine Zeit gekannt er könne nicht angeben wann und wie er hineingekommen habe er auch keine Erinnerung dass er jemals in seinem Leben sich in einem anderen Zustand und anderswo als in jenem Ort befunden habe der Mann bei dem er immer gewesen habe ihm nichts zu leid getan eines Tages aber was nicht lange vor seinem Weg bringen geschehen sein könne als er mit seinen Rossen zu stark gefahren und zu viel Larm gemacht habe sei der Mann gekommen und habe ihn mit einem Stock oder einem Scheid Holz auf den Arm geschlagen dies sei die Wunde die er nach Nürnberg mit gebracht ungefähr gegen dieselbe Zeit habe sich einmal der Mann in seinem Kerker eingefunden habe er ein Tischchen über seine Füße hergestellt habe etwas Weißes das er jetzt für Papier erkenne vor ihm ausgebreitet dann von hinten her so dass er nicht habe von ihm gesehen werden können seine Hand ergriffen und sei mit einem Ding das er ihm zwischen die Finger gesteckt auf dem Papier hin und her gefahren er habe nicht gewusst was das sei habe aber gewaltige Freude empfunden als er die schwarzen Figuren auf dem weißen Papier entstehen gesehen als er seine Hand wieder freigefühlt und der Mann ihn verlassen habe er in der Freude über die neue Entdeckung nicht satt werden können diese Figuren immer wieder von neuem auf das Papier zu malen über diese Beschäftigung habe er nun fast seine Rosse vernachlässigt obgleich er nicht gewusst was jene Züge bedeuten sollten der Mann habe auf dieselbe Weise seine Besuche zu verschiedenen Zeiten wiederholt Fußnote Anfang dass Kaspar wirklich Unterricht im Schreiben und zwar regelmäßigen Elementarunterricht gehabt habe dafür lieferte er schon am ersten Morgen nach seinem Erscheinen zu Nürnberg augenscheinlichen Beweis als der Gefangenwärter Hiltl am gedachten Morgen zu ihm in sein Gefängnis kam gab er ihm um ihm zu beschäftigen oder ihm eine Freude damit zu machen einen Bogen Papier nebst einem Bleistift Kaspar fiel hastig über beides her legte das Papier auf die Bank setzte sich davor hin auf den Boden und fing zu schreiben an und schrieb ohne aufzublicken oder sich durch irgendetwas darin stören zu lassen unablässig fort bis der ganze Folio Bogen auf allen seinen vier Seiten voll geschrieben war den den selben Buchstaben die selbe Silbe wiederholt am Ende der Seiten sind sogar wie bei Kinder Vorschriften üblich ist alle Buchstaben des Alphabets wie sie aufeinander folgen wieder in einer Zeile zusammengestellt und gegenüberstehen in einer anderen Zeile die arabischen Ziffern von 1 bis 0 ebenfalls in vollkommener Ordnung eine Seite des Bogens wiederholt immer den Namen Kaspar Hauser auch kommt darauf das Wort Reiter Reuter mehrmals vor dass jedoch Kaspar über die ersten Elemente des Schreibens nicht hinaus gekommen geht aus jenem Probebogen ebenfalls klar hervor Fußnote Ende hierauf sei der Mann ein anderes Mal wieder gekommen habe ihn von seinem Lager aufgehoben ihn auf die Füße gestellt und ihn stehen zu lernen versucht was er zu verschiedenen Zeiten wiederholt er habe dieses in der Art bemerkstelligt dass er ihn von hinten fest um die Brust gefasst seine Füße hinter Kaspars Füße gestellt und diese zum Vorwärts schreiten aufgehoben habe endlich sei einmal wieder der Mann erschienen habe Kaspars Hände über seine Schultern gelegt jene zusammengebunden und ihn so auf seinem Rücken aus dem Loch heraus geschleppt er sei einen Berg hinauf oder herab getragen worden Fußnote Anfang es ist an sich klar und wird durch andere Umstände erweislich dass Kaspar die aufsteigende Bewegung von der absteigenden Höhe und Tiefe damals selbst im Gefühl noch nicht unterscheiden wie viel weniger diesen Unterschied durch Worte gehörig bezeichnen konnte was Kaspar Berg nennt war wohl wie nach anderen Äußerungen desselben nicht unwahrscheinlich ist eine Treppe Kaspar will sich erinnern dass er beim Tragen neben angestreift sei Fußnote Ende er wisse nicht wie ihm gewesen es sei ganz Nacht geworden und man habe ihn auf den Boden gelegt dieses Nacht werden bedeutete wie sich zu Nürnberg bei verschiedener Gelegenheit ergab in Kaspar Sprache auch so viel wie ohnmächtig werden die Erzählung seiner weiteren Reise beschränkt sich im Wesentlichen darauf dass er mehrmals mit dem Gesicht auf dem Boden gelegen habe wo es dann Nacht geworden sei dass er einige Male Brot gegessen und Wasser getrunken dass der Mann bei dem er immer gewesen öfters ihn gehen zu lernen sich bemüht habe was ihm immer sehr wehe getan und so weiter dieser Mann habe nichts zu ihm gesprochen außer dass er ihm immer die Worte vorgesagt Reute Wähen etc 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 er Kaspar habe der Mann so wenig auf dieser Reise als früher im Gefängnis im Gesicht gesehen dieser habe ihm so oft er ihn geführt streng bedeutet immer vor sich hin auf den Boden und auf seine Füße zu blicken was er teils aus Furcht teils auch darum gewissenhaft befolgt weil er ohnehin mit sich und seinen Füßen genug zu tun gehabt habe nicht lange zuvor ehe er zu Nürnberg wahrgenommen worden habe ihm der Mann die Kleider angezogen mit denen er zu Nürnberg erschienen sehr schmerzhaft sei es ihm gewesen als ihm die Stiefel angezogen worden denn der Mann habe ihn auf die Erde nieder gesetzt ihn von hinten gepackt seine Füße gewaltsam hinaufgezogen und ihm so vom Rücken her seine Füße in die Stiefel hineingezwängt nun sei es wieder vorwärts gegangen noch elender als zuvor er habe so wenig jetzt als früher irgendetwas von den ihn ungebenden Dingen wahrgenommen habe nichts beobachtet und nichts gesehen könne daher nicht angeben von welcher Gegend her in welcher Richtung auf welchem Weg er nach Nürnberg hineingekommen nur so viel sei ihm bewusst dass zuletzt der Mann der ihn geführt ihm den Brief in die Hand gedrückt habe und dann verschwunden sei worauf ein Bürger ihn Kaspar wahrgenommen und zur Wache am neuen Tor gebracht habe diese Geschichte der geheimnisvollen Gefangenhaltung und Aussetzung eines jungen Menschen ist nun für wahr nicht nur ein grauenhaftes sondern auch ein seltsames dunkles Rätsel wobei sich außerordentlich vieles fragen und raten aber wenig mit Gewissheit beantworten lässt und welches natürlicherweise solange noch nicht dessen Auflösung gelungen mit jedem anderen Rätsel die Eigenschaft gemein hat dass es rätselhaft ist der Seelenzustand Kaspars während seines Kerkerlebens war der Zustand eines Menschen der als Kind in tiefen Schlaf versenkt diesen Schlaf in welchem es für ihn keinen Traum wenigstens keinen Wechsel von Träumen gibt dumpf fortschläft bis er im wilden Getöse der bunten Welt von Angst und Schmerz aufgeschreckt daraus erwacht und nun betäubt nicht weiß wie ihm geschehen sei Wer in der Folge nachdem solch ein Mensch zu vollem Bewusstsein gekommen eine vollständige umständliche den Verstand über alle Zweifel befriedigende geschichtliche Beschreibung seines Schlafs und seiner Träume erwartete würde nichts Geringeres verlangen als dass ein Schlafender schlafend gewacht ein Wachender wachend geschlafen habe In gewissen Gegenden Deutschlands welche ein zweiter Dupin auf seiner Landkarte der Aufklärung mit Dunkelgrau ausmalen durfte sind ähnliche Ereignisse wie sie Hauser von sich erzählt nichts weniger als unerhört So sah Dr. Horn noch vor wenigen Jahren in dem Krankenhaus zu Salzburg ein 22 jähriges nicht hässliches Mädchen die bis in ihr sechzehntes Jahr in einem Schweinstall unter den Schweinen auferzogen worden war und darin viele Jahre mit übereinander geschlagenen Beinen gesessen hatte das das eine Bein war ganz verbogen sie grunzte wie ein Schwein und betrug sich ungebärdig in ihrem menschlichen Anzug gegen solchen Gräuel sind die an Kasper verübten Verbrechen sogar noch schonungsvolle Handlungen der Menschlichkeit das Kasper von der Art und Weise wie er nach Nunberg geschafft worden so wenig anzugeben von seinen Reiseabenteuern von den Orten durch welche er gekommen und von allem anderen was wir auf unseren Reisen zu Wagen oder zu Fuß zu sehen und zu beobachten pflegen so gut wie gar nichts zu erzählen weiß ist so wenig zu verwundern dass vielmehr das Gegenteil ein Wunder sein müsste wäre sogar Kasper bereits in seinem Kerker zu vollkommen klarem vernünftigem Selbstbewusstsein erwacht gewesen hätte er in seiner Gruft wie Sigismund in seinem Turm Fußnote Anfang in Calderons Leben ein Traum Fußnote Ende in seiner Gruft wie Sigismund in seinem Turm durch Erziehung und Bildung zur geistigen Reife eines Jünglings gedeihen können so würde er gleichwohl infolge des plötzlichen Übergangs aus engem dumpfen Kerker in die freie Natur in Ohnmacht oder in einen höchster Trunkenheit ähnlichen Zustand haben geraten müssen Der ungewohnte Eindruck der äußeren Luft musste ihn betäuben das helle Sonnenlicht seine Augen blenden Er wurde sogar mit ungeblendeten sehenden Augen doch nichts gesehen wenigstens nichts bemerkt und erkannt haben Es konnte damals die Natur mit allen ihren Erscheinungen nur wie eine verworrene bunt gefleckte Masse in welcher für ihn noch nichts Einzelnes sich unterscheiden ließ vor seinem Gesicht vorüberflimmern Was wie wir bald zeigen werden noch zu Nürnberg an ganz unzweideutigen Erfahrungen sich bewährt hat Von welcher Gegend ungefähr Kaspar hergebracht worden Auf welchem Weg er gekommen und durch welches Tor Ob er zu Fuß oder zu Wagen oder abwechselnd auf beide Art seine Reise gemacht habe Dieses und anderes dergleichen sind Fragen die wenn sie auch mit Entschiedenheit beantwortet werden könnten doch nur für den untersuchenden und erkennenden Richter wenig für das Publikum von Interesse sein würden Kaspar selbst erinnert sich nur seines Gehens ohne dass sich in seiner Erzählung ein Maßstab auffinden diese nach welchem man einigermaßen beurteilen könnte wie lang er zu Fuß gegangen welchen Raum er ungefähr gehend zurückgelegt habe Dass er vom Fahren gar keine Erinnerung hat beweist noch keineswegs dass er nicht dennoch und vielleicht die größte Strecke des Wegs gefahren worden Kaspar versinkt auch jetzt noch beim Fahren zumal in freier Luft sehr bald in einen förmlichen Todenschlaf aus welchem er der Wagen mag rollen oder stilles stehen nicht zu erwecken ist und in welchem Zustand man ihn so unsanft es auch geschehe aufheben hinlegen auspacken und wieder einpacken kann ohne dass er davon das mindeste wahrnehme hat ihn einmal der schlaf gefasst so ist kein geräusch und getös kein schall kein donner stark genug ihn aufzuwecken wurde nun Kaspar wie aus seinen eigenen Angaben zu schließen ist sobald er in die freie Luft kam ohnmächtig hatte man ihm wohl gar zu größter Vorsicht vorher noch von dem überschmeckenden Wasser mit wasserverdünnten Opium zu trinken gegeben so konnte man ihn getrost in einen Wagen werfen und hierauf einige oder auch mehrere Tagreisen mit ihm zurücklegen ohne dass man zu besorgen hatte dass er aufwachen schreien oder sonst auf eine Weise seinem Entführer sich unbequem erweisen möge auf starfsinnige Weise sucht Herr Schmidt von Lübeck in seiner Schrift über Kaspar Hauser Altona 1831 achtens die Vermutung zu begründen dass Kaspar ganz aus der Nähe von Nürnberg dahin gebracht worden sei für diese wie für noch viele andere Vermutungen lässt diese Geschichte weiten unbegrenzten Raum dass derjenige von welchem Hauser nach Nürnberg gebracht worden ein mit Nürnberg und dessen Örtlichkeiten genau bekannter Mann sein müsse ist gewiss und dass er ehemals als Soldat bei einem dortigen Regiment gedient wenigstens höchst wahrscheinlich die an der Person Kaspars begangenen Verbrechen soweit dieselben angezeigt vorliegen sind nach bayerischem Strafgesetzbuch beurteilt erstens das Verbrechen widerrechtlicher Gefangenhaltung Strafgesetzbuch Teil 1 Artikel 192 bis 195 und zwar doppelt ausgezeichnet sowohl hinsichtlich der Dauer soferne die Gefangenhaltung von der frühesten Kindheit an wie es scheint bis in das Jünglingsalter fortgesetzt worden ist als auch hinsichtlich der Art soferne dieselbe mit besonderen Misshandlungen verbunden war wohin nicht bloß das Tierische den Körper des Unglücklichen vergrüppelnde Lager die Elende kaum einem Hund genügender Kost sondern auch und zwar vor allem die grausame Versagung jeder auch der kleinsten Gaben welche die Natur selbst über den Ärmsten mit freigebigen Händen ausschüttet die Entziehung aller Mittel geistiger Entwicklung und Ausbildung das Wiedernatürliche Zurückhalten einer menschlichen Seele im Zustande vernunftloser Tierheit unstreitig zu rechnen sind Es trifft damit zweitens objektiv zusammen das Verbrechen der Aussetzung welches nach dem Strafgesetzbuch Teil 1 Artikel 174 nicht bloß an Kindern sondern auch an erwachsenen Personen begangen werden kann wenn sie wegen Krankheit oder Gebrechlichkeit sich selbst zu helfen unvermögend sind unter welcher Personen der damals noch tierisch dumme sehend blinde kaum noch aufrechtgehende Kasper gewiss gehörte Die Aussetzung Kaspers war zugleich eine durch ihre Lebensgefährlichkeit ausgezeichnete Aussetzung Dieser Mensch war bei seinem damaligen geistigen und leiblichen Zustande in Gefahr entweder in die dem Orte der Aussetzung nahe Pegnitz zu stürzen oder überritten und überfahren zu werden Wäre dem gemeinen Recht oder dem Bayerischen Strafgesetzbuch ein besonderes Verbrechen gegen die Geisteskräfte oder wie es richtiger zu bezeichnen wäre ein Verbrechen am Seelenleben bekannt so würde dieses in der rechtlichen Beurteilung neben dem Verbrechen der Gefangenhaltung den ersten Rang einnehmen vielmehr jenes in diesem als dem schwereren Untergehen von demselben absorbiert werden müssen Die Entziehung äußerer Freiheit wie wohl an sich schon ein unersetzliches Übel steht gleichwohl in keinem Vergleich mit der nicht zu berechnenden Summe unschätzbarer unersetzlicher Güter welche in jenem Raub an der Freiheit und durch die Art und Weise seiner Vollziehung dem Unglücklichen teils gänzlich entzogen teils für seine noch übrige Lebenszeit zerstört oder verkümmert worden sind und wodurch nicht bloß an dem Menschen in seiner äußeren leiblichen Erscheinung sondern an seinem innersten Wesen an seinem geistigen Dasein an dem Heiligtum seiner vernünftigen Natur selbst der raubmörderische Frevel vollbracht worden ist Wenn unsere Schriftsteller solche Missetaten bloß als Verstandes Beraubung Nookiria bezeichnen und wie Tittmann zu dessen Tatbestand Bewirkung der Verstandlosigkeit oder des Wahnsinns als wesentliche Bedingungen fordern so zeigt das Beispiel Kaspar Hausers dass jener Begriff bei weitem zu beschränkt gefasst sei und ein Gesetzgeber durch Aufstellung einer solchen Gattung von Verbrechen sein System vervollständigen zu müssen glaubte einen bei weitem höheren freieren Standpunkte Wurde zu nehmen haben Kaspar ist durch die während seiner Kindheit erlittene Einsperrung weder in Blödsinn noch in Wahnsinn verfallen Er ist wie wir in der Folge genauer erfahren werden nach seiner Befreiung aus dem Zustand der Tierheit herausgetreten und hat sich so weit entwickelt dass er mit gewissen Einschränkungen als ein vernünftiger verständiger sittlicher und gesitterter Mensch überall gelten kann gleichwohl wird niemand verkennen dass es hauptsächlich der verbrecherische Eingriff in das Seelenleben dieses Menschen der Frevel an seiner höheren geistigen Natur ist welcher die empörendste Seite der an ihm verübten Handlung ausmacht das Unternehmen einen Menschen durch künstliche Veranstaltung von der Natur und anderen vernünftigen Wesen auszuschließen ihn seiner menschlichen Bestimmung zu entrücken ihm alle die geistigen Nahrungsstoffe zu entziehen welche die Natur der menschlichen Seele zu ihrem Wachsen und Gedeihen zu ihrer Erziehung Entwicklung und Bildung angewiesen hat solches Unternehmen ist ohne alle Rücksicht auf seine Folgen an und für sich schon der strafwürdigste Eingriff in das Menschen Heiligstes Eigentum in die Freiheit und Bestimmung seiner Seele Hierzu aber kommt vor allem noch dieses Kaspar während seiner Jugendzeit in tierischen Seelenschlaf versenkt hatte diesen ganzen großen und schönen Teil seines Lebens verlebt ohne ihn je gelebt zu haben Er war während dieser Zeit einem Toten zu vergleichen Indem er seine Jugend verschlief ist sie ihm vorüber gegangen ohne dass er sie gehabt hätte weil er sich ihrer nicht bewusst werden konnte diese diese lücke welche die an ihm begannene Missetat in sein Leben gerissen ist durch nichts mehr auszufüllen die nicht verlebte Zeit nicht mehr zurück zu leben die während seines Seelenschlafs ihm entflohene Jugend nicht mehr einzuholen wie lange er auch leben möge er bleibt ewig ein Mensch ohne Kindheit und Jugend ein monströses Wesen das naturwidrig sein Leben erst in der Mitte des Lebens angefangen hat sofern ihm auf diese Weise seine ganze frühere Jugendzeit genommen worden war er der Gegenstand eines um mich so auszudrücken partiellen Seelenmords die an Kaspar verübte Tat unterscheidet sich daher von dem Verbrechen desjenigen der einen an Verstand gesunden Menschen erst späterhin in dumpfem Blödsinn oder sonst in bewusst und vernunftlosen Zustand versetzt bloß hinsichtlich der verschiedenen Lebensepoche welche vom Seelenmorde betroffen wird dort wurde ein menschliches Seelenleben an seinem Anfang hier an seinem Ende verstümmelt ein nicht zu übersehendes Hauptmoment ist auch noch dieses da Kindheit und Jugend von der Natur zur Entwicklung und Ausbildung wie des leiblichen so des geistigen Lebens bestimmt sind und die Natur keine Sprünge macht so sind Kaspan der erst im Jünglingsalter als Kind zur Welt gekommen ist jetzt und für alle Zukunft die verschiedenen Lebensstufen gleichsam verrückt aus und durcheinander geschoben Indem er sein Kinderleben erst im Alter der physischen Reife beginnen konnte bleibt er sein ganzes Leben lang mit dem Geiste hinter seinem Alter zurück mit dem Alter seinem Geiste voraus Geistiges und physisches Leben welche bei naturgemäsem Entwicklungsgange miteinander gleichen Schritt halten haben sich auf diese Weise in Kaspars Person gleichsam voneinander losgerissen und im naturwidrigen Gegensatz gestellt Die verschlafene Kindheit konnte darum weil sie verschlafen worden nicht überlebt werden er muss sie nachleben und sie wird ihm nunmehr zur Unzeit eben darum aber auch nicht als lächelnder Genius sondern wie ein beängstigendes Gespenst bis in die späteren Jahre folgen wegt man zu allem diesem noch die Verwüstung ab welche das Schicksal seiner Jugend in seinem Gemüte angerichtet hat und welche erst der Verfolg dieser Erzählung klar vor Augen stellen wird dann wird man an diesem Beispiele erkennen dass die Verstandes Beraugung den Begriff von Verbrechen am Seelenleben bei Weitem nicht erschöpft Welche andere Verbrechen allenfalls noch hinter der an Kaspar verübten Missetat versteckt sein mögen auf welche Zwecke die verborgene Gefangenhaltung Hausers berechnet gewesen diese Fragen würden uns zu weit in das luftige Gebiet der Vermutungen oder in gewisse geheiligte Räume führen welche eine solche Beleuchtung nicht vertragen Dieses in der Geschichte menschlicher Gräueltaten kaum noch erhörte Verbrechen bietet dem Rechtsgelehrten wie dem gerichtlichen Arzt auch noch folgende merkwürdige Seite dar Die Erforschung und Beurteilung von Seelenzuständen hat gewöhnlich nur den Verbrecher selbst zum Gegenstande bezüglich der Aufgaben über Zurechnungsfähigkeit oder Nichtzurechnungsfähigkeit seiner Handlungen Hier ist der in seiner Art ganz einzige Fall gegeben dass zum allergrößten Teil der Tatbestand des Verbrechens in dem Grund einer Menschenseele ruht wo dasselbe auf rein psychischem Wege zu erforschen und nur durch Beobachtung der Geistes- und Gemütsäußerungen des Beschädigten zu begründen und festzustellen ist Auch über die Geschichte der Tat haben wir vor der Hand keine andere Kunde als die Erzählung desjenigen an dem sie begannen worden Aber Aber die Wahrheit muss muss dem Zustande gelebt haben wie ihn Kaspar von sich erzählt hat So ruht zugleich die Würdigung der Glaubwürdigkeit des eine fast unglaubliche Begebenheit erzählenden ebenfalls zum allergrößten Teil nur auf psychologischen Gründe Es gewähren aber die auf diesem Boden gefundenen Ergebnisse eine Beglaubigung die jeden anderen Beweis an Stärke überwiegt Zeugen können Lügen Urkunden verfälscht sein Aber kein anderer Mensch Er müsste dann mindestens ein mit etwas Allmacht und Allwissenheit ausgerüsteter Zauberer sein Vermöchte eine Lüge dieser Art so zu lügen dass sie wo man sie auch beleuchtete wie die lauteste reinste Wahrheit wie die in Person erscheinende Wahrheit selbst aussehe Wer an Kaspers Erzählung zweifelte müsste er an Kaspers Person zweifeln Solch ein Zweifler wurde dann aber mit ebenso viel Vernunft zweifeln dürfen ob ein Mensch der aus hundert Wunden blutend in Todeszuckungen vor seinen Augen liegt ein wirklich Verwundeter und Sterbender sei oder ob er nicht vielmehr den Verwundeten und Sterbenden nur Spiele Doch dem Urteile der Leser ziemt es sich noch nicht vorzugreifen Meine Darstellung der Person Kaspers hat erst begonnen Ende von Abschnitt 4 Abschnitt 5 von Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox .org Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen von Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach Abschnitt 5 Schon war Kaspar Hauser weit über einen Monat zu Nürnberg als ich unter den neuesten Neuigkeiten von diesem Findling erzählen hörte Amtliche Anzeigen über dieses Ereignis waren den obersten Behörden der Provinz noch nicht zugekommen Bloß als Privatmann aus menschlichem und wissenschaftlichem Interesse begab ich mich daher am 11. Juli 1828 nach Nürnberg um diese in ihrer Art einzige Erscheinung zu beobachten Kaspar hatte damals noch immer seine Wohnung auf dem Lug ins Land am West Nertore wo jeder Mann zu ihm gelassen wurde der ihn zu besehen Lust hatte wirklich genoss Kaspar vom Morgen bis zum Abend kaum eines geringeren Zuspruchs als das Känguru und die zahme Hyäne in der berühmten Menagerie des Herrn von Uken So machte ich mich denn in Begleitung des Herrn Obristen von D zweier Damen und zweier Kinder ebenfalls zu ihm auf den Weg und traf glücklicherweise eine Stunde wo der Schauplatz keinen anderen Zuspruch hatte Kaspars Wohnung war ein kleines doch reinliches helles Stübchen dessen Fenster ins Freie geht wo sich dem Aug eine weite freundliche Landschaft darbietet wir trafen ihn barfuß mit ein paar alten langen Beinkleidern bekleidet übrigens bloß im Hemde die Wände des Zimmers so weit man reichen konnte hatte sich Kaspar mit gemalten Bilderbogen Geschenke der vielen Besuchenden ausgeschmückt er klebte sie jeden Morgen von neuem mit seinem damals wie Leim Zähenspeichel an die Wand und nahm sie sobald es dämmerig wurde wieder herab um sie neben sich zusammen zu legen auf der an den Wänden umher laufenden fest gemachten Bank befand sich in der Ecke sein Bett ein Strohsack mit einem Kopfkissen und einer wollenen Decke der ganze übrige Raum der Bank war dicht mit einer Menge des mannigfaltigen Kinderspielzeugs mit hunderten bleierner Soldaten mit hölzernen Hündchen Pferdchen und anderen Nürnberger Waren überdeckt Bei Tag bei Tag beschäftigte er sich jetzt schon wenig damit doch machte er sich noch die nicht geringe Arbeit alle diese Sachen und Sächelchen abends sorgfältig zusammenzulegen dann sogleich nach seinem Erwachen wieder auszupacken und in eine gewisse Ordnung nebeneinander zu reihen Der Wohltätigkeitssinn der Wacker Nürnberger hatte ihn überdies mit mehreren Kleidungsstücken beschenkt die er unter seinem Kopfkissen verwahrte und uns mit kindlichem Behagen nicht ohne einige Eitelkeit vorzeigte Auf der Bank unter den Spielsachen lagen auch verschiedene Geldstücke umher denen er aber keine Aufmerksamkeit schenkte Ich nahm davon einen beschmutzten Kronenthaler und einen noch ganz neuen 24er in die Hand ihm andeutend welches von beiden Stücken er am liebsten habe Er wählte das kleine glänzende das große nannte er garstig und machte dabei die Miene des Widerwillens Als ich ihm begreiflich zu machen suchte dass gleichwohl das größere Stück mehr wert sei und dass man dafür bei weitem mehr schöne Sachen bekommen könne als für das Kleine horchte er zwar aufmerksam zu verfiel auch sogleich in starres Nachdenken gab mir aber zuletzt zu erkennen dass er nicht wisse was ich sagen wolle Er zeigte er zeigte wir beim eintraten nichts weniger als menschenscheu oder schüchternheit vielmehr zutrauliches entgegenkommen und Freude über unseren Besuch Am ersten machte er sich mit der glänzenden Uniform des Obristen zu schaffen den von gold strahlenden Helm konnte er nicht satt werden zu bewundern Dann zogen die Frauenzimmer mit ihren bunten Kleidern seine Aufmerksamkeit auf sich Ich in einem bescheidenen schwarzen Frack wurde anfangs kaum eines Blickes gewürdigt Jeder von uns stellte sich ihm besonders vor und nannte ihm seinen Namen und Titel Kaspar trat bei jeder solchen Vorstellung nahe zu dem Vorgestellten hin sah ihn scharf stierend an überflog mit schnellem durchdringendem Blick der Reihe nach jeden besonderen Teil des Gesichts als Stirn Augen Nase Mund Kinn und fasste ganz zuletzt wie ich deutlich beobachtete die erst stückweis zusammengelesenen Teile der Physiognomie in ein Ganzes Zusammen Er wiederholte hierauf den Namen der Person den man ihm vorgesagt hatte Und nun kannte er die Person und kannte sie wie die späteren Erfahrungen zeigten für immer Seine Augen wendete er so viel er nur konnte vom hellen Tageslicht ab Dem vom Fenster her gerade einfallenden Sonnenstrahl wich er auf das sorgfältigste aus Hatte einmal zufällig ein solcher Strahl seine Augen getroffen so blinzte er heftig runzelte die Stirn und verriet unverkennbar Schmerzen Seine Augen waren überdies etwas entzündet und zeigten überhaupt große Empfindlichkeit gegen das Licht Die linke Hälfte seines in späterer Zeit vollkommen regelmäßigen Gesichts war damals auffallend von der rechten Seite desselben verschieden Jene war merklich verzogen und verzerrt Öfters fuhren heftige Zuckungen wie Blitze darüber hin An diesen Zuckungen nahm stets die linke Seite des ganzen Körpers besonders der Arm und die Hand sichtbaren Anteil Wurde ihm etwas gezeigt was seine Neugier in Bewegung setzte sprach man ein ihm auffallendes nicht verständliches Wort sogleich stellten sich diese Zuckungen ein die meistenteils zuletzt in eine Art von Erstarrung übergingen er stand dann unbeweglich da keine Muskel des Gesichts regte sich die Augen stierten ohne zu blinzeln wie leblos vor sich hin er stellte eine Bildsäule dar die weder sieht noch hört und durch keine äußeren Eindrücke zu einer Lebensregung geweckt werden kann diesen Zustand konnte man an ihm beobachten so oft er über etwas nachsann so oft er zu einem neuen Wort den entsprechenden Begriff zu einem neuen Ding das entsprechende Wort suchte oder irgendetwas ihm noch Unbekanntes an schon Bekanntes anzuknüpfen jenes aus diesem sich begreiflich zu machen bestrebte die Worte die er sagen konnte sprach er bestimmt und deutlich ohne stocken oder stammeln allein an eine zusammenhängende Rede war bei ihm noch nicht zu denken und seine Sprache war so dürftig als der Vorrat seiner Begriffe schwer war es daher auch sich ihm verständlich zu machen kaum hatte man ein paar Sätze zu ihm gesagt die er zu verstehen schien so hatte man etwas ihm fremdes beigemischt wobei er dann wenn er es zu begreifen wünschte sogleich wieder in seine Zuckungen verfiel in allem was er sprach fehlten noch meistens die Bindewörter Partikeln und Hilfszeitwörter seine Konjugation umfasste wenig mehr als den Infinitiv und am schlimmsten stand es mit dem Syntax dessen Teile gar erbärmlich zerzaust und durcheinander geworfen wurden Kaspar sehr brav statt ich bin sehr brav Kaspar Schujuli sage statt ich will es dem Julius Sohn des Gefangenenwärters sagen war war seine durchgängige redeweise das ich kam noch selten vor er sprach fast immer von sich in der dritten Person Kaspar zu anderen statt in der zweiten Person ebenfalls in der dritten zum Beispiel statt sie nicht anders als Herr Obrist Frau Generalin auch zu ihm musste man nicht du sondern Kaspar sagen wenn er sogleich verstehen sollte wen man meine Ein und dasselbe Wort wurde häufig in den verschiedensten Bedeutungen gebraucht was dann oft gar manches lächerlich posierliche qui pro quo zum Vorschein brachte Viele bloß eine Spezies bezeichnende Worte gebrauchte er für die ganze Gattung so zum Beispiel galt ihm das Wort Berg für jede Wölbung oder Erhöhung weshalb er einen dickbauchigen Herrn dessen Name ihm entfallen war als den Mann mit dem großen Berg bezeichnete eine Dame deren Schal hinten so tief herabhing dass der Zipfel auf dem Boden schleifte hieß ihm die Frau mit dem schönen Schweif man wird wohl erwarten dass ich nicht unterließ ihm durch mancherlei Fragen zur Erzählung seines Schicksals Veranlassung zu geben Allein alles was sich aus ihm herausbringen konnte war ein so kauderwelsches verworrenes unbestimmtes Zeug das sich mit seiner Sprachweise noch nicht vertraut das meiste nur erraten vieles gar nicht verstehen konnte es schien mir nicht unwichtig seinen Geschmack hinsichtlich der verschiedenen Farben auf die Probe zu stellen er zeigte auch in dieser Beziehung ganz den Sinn der Kinder und der sogenannten Wilden die rote Farbe und zwar die recht schreiend rote ging ihm über alles die gelbe war ihm zuwider außer wenn sie als Gold glänzend in die Augen stach in welchem Fall seine Wahl zwischen diesem gelb und jenem rot schwankte weiß ließ ihn gleichgültig aber grün war ihm fast so abscheulich als schwarz dieser Geschmack besonders seine Vorliebe für das rote hing ihm wie die späteren Beobachtungen des Professor Daumer befunden noch lange nachher an als seine Bildung schon um eine große Strecke weiter fortgeschritten war wäre es ihm freigestellt worden er würde sich selbst und andere denen er wohl wollte von Kopf bis zu Füßen in Scharlach oder Purpur gekleidet haben an der Natur hatte er schon wegen der Grundfarbe ihres Gewandes des Grün keinen Gefallen sollte er sie schön finden so musste man sie ihn durch ein rot gefärbtes Glas ansehen lassen in der Wohnung des Professor Daumer die er bald nach seinem Besuche bei ihm gegen seinen Aufenthalt auf dem Lug ins Land vertauschte gefiel es ihm darum nicht ganz recht weil er da nur die Aussicht in den Garten auf die vielen wie er meinte garstigen grünen Bäume und Pflanzen hatte die in einer engen unfreundlichen Straße gelegene Wohnung eines Freundes seines Lehrers gefiel ihm dagegen ungemein weil da gegenüber und ringsherum lauter schön rot angestrichene Häuser zu sehen waren als ihm einst ein Baum voll roter Äpfel gezeigt wurde äußerte er darüber großes Wohlgefallen nur meinte er würde der Baum noch viel schöner sein wenn auch die Blätter ebenso rot wären als er der bloß Wasser trank einst roten Wein trinken sah sagte er wenn ich nur auch Sachen trinken könnte die so schön aussehen seinen Lieblingstieren den Pferden wünschte er nur noch einen Vorzug statt der schwarzen braunen weißen die scharlachrote Farbe die Neugier und der Wissensdurst sowie die eiserne Beharrlichkeit womit er bei einer Sache aushielt die er zu lernen oder zu begreifen sich vorgesetzt hatte überstiegen jede Vorstellung und waren in ihren Äußerungen herzergreifend mit seinen Spielsachen beschäftigte er sich wie schon früher bemerkt worden des Tages über nicht mehr seine Tagesstunden füllte er mit Schreiben Zeichnen und anderen Lehrgegenständen aus womit ihn Professor Daumer beschäftigte bitter beklagte er sich gegen uns dass die vielen Leute die ihn immer besuchten ihm keine Ruhe ließen und er nichts lernen könne rührend war es seinen oft wiederkehrenden Jammer darüber zu hören dass die Leute auf der Welt so vieles wissen und er so vieles noch gar nicht gelernt habe Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen nächst dem Schreiben war das Zeichnen zu welchem er ebenso viel Fähigkeit als Beharrlichkeit mitbrachte Seit mehreren Tagen hatte er sich es zur Aufgabe gemacht das lithographierte Bildnis des Herrn Bürgermeisters Binder abzuzeichnen Ein ganzer großer Pack Quartblätter war mit diesen Kopien vollgezeichnet sie lagen wie sie allmählich entstanden waren in langer Reihenfolge geordnet aufeinander ich ging sie einzeln durch die ersten Versuche glichen ganz den Bildern unserer kleinen Kinder die ein Gesicht gezeichnet zu haben meinen wenn sie eine Figur welche ein Oval vorstellen soll mit einem paar rundlicher Schnirkel nebst einigen langen und Querstrichen darin auf ein Papier hingesudelt haben Allein fast in jedem der folgenden Versuche waren Fortschritte sichtbar so dass allmählich jene Striche einem Menschengesicht immer ähnlicher wurden und endlich das Original obgleich noch ziemlich unvollkommen und roh bis zur Kenntlichkeit darstellten ich äußerte ihm über seine spätesten Versuche meinen Beifall er aber zeigte sich nicht befriedigt und gab mir zu verstehen er werde das Bild noch gar viel mal abzeichnen müssen bis es ganz recht sei dann werde er es dem Herrn Bürgermeister schenken mit seinem Leben auf der Welt zeigte er sich nichts weniger als zufrieden er sehnte sich zu dem Mann zurück bei dem er immer gewesen zu Haus in seinem Loch äußerte er habe er niemals so viele Schmerzen im Kopf gehabt und man habe ihn nicht so gequält wie jetzt auf der Welt er deutete damit auf die Unbehaglichkeiten und Schmerzen welche die vielen im ganz ungewohnten neuen Eindrücke die verschiedenen ihm widrigen Gerüche und so weiter verursachten wie auf die vielen Besuche der Neugierigen ihr ewiges Fragen und manche ihrer unbesonnenen nicht eben humanen Experimente dem Manne bei dem er immer gewesen hat er daher auch weiter nichts vorzuwerfen als dass er noch nicht gekommen um ihn wieder nach Haus zu bringen und dass er von so viel schönen Sachen auf der Welt ihm gar nichts gezeigt noch gesagt habe er will so lange in Nürnberg bleiben bis er gelernt was der Herr Bürgermeister und der Herr Professor Daumer wissen dann soll ihn der Herr Bürgermeister nach Haus bringen und dann will er dem Mann zeigen was er unterdessen gelernt hat als ich ihm hierauf äußerte wie er doch zu dem bösen abscheulichen Mann wieder zurück möge fuhr er mich sanft zirnend mit den Worten an Mann nicht böse von seinem erstaunenswürdigen ebenso schnellen als zähen Gedächtnis bekamen wir bald die auffallendsten Proben bei jedem der vielen kleinen und großen Dinge bei jedem Bild und Bildchen in seinem Haushalt nannte er uns den Namen und Titel der Person von der er es zum Geschenk erhalten hatte und kamen hierbei verschiedene Personen mit demselben Hauptnamen vor so unterschied er sie entweder durch ihren Vornamen oder durch andere Prädikate ungefähr eine Stunde nachdem wir ihn verlassen hatten trafen wir mit ihm auf der Straße zusammen als er eben zum Herrn Bürgermeister geführt wurde wir redeten ihn an und als wir ihn aufgefordert hatten uns unseren Namen zu sagen nannte er jeden von uns ohne sich zu besinnen oder zu stocken mit unserem vollen Namen samt Titulaturen die gleichwohl für ihn nur wahrer Unsinn sein konnten der Arzt Dr. Osterhausen machte zu einer anderen Zeit an ihm die Erfahrung dass er nachdem man ihm einen Blumenstrauß gezeigt und die Namen der einzelnen Blumen vorgesagt hatte er mehrere Tage nachher jede dieser Blumen wieder zu erkennen und mit ihrem Namen zu bezeichnen wusste dieses Gedächtnis hat jedoch später hin und wie es scheint in demselben Verhältnis abgenommen in welchem es reicher geworden war und sein Verstand mehr Arbeit bekommen hatte seine Volksamkeit gegen alle diejenigen Personen welche väterliche Autorität über ihn erlangt haben besonders gegen den Herrn Bürgermeister Herrn Professor Daumer und den Gefangenenwärter Hiltl waren unbedingt und ohne Schranken der Herr Bürgermeister der Herr Professor hat es gesagt war für ihn der letzte jedes weitere Fragen und Überlegen ausschließende Grund für sein Handeln oder Unterlassen als ich ihn fragte warum er denn Glaube so pünktlichen Gehorsam leisten zu müssen gab er zur Antwort der Mann bei dem ich immer gewesen hat mich gelehrt dass ich tun müsse was man mir heißt allein diese Unterwerfung unter fremde Autorität bezog sich bei ihm bloß auf tun oder nicht tun und hatte mit seinem Wissen glauben und meinen nichts zu schaffen um etwas als gewiss und wahr anzunehmen dazu bedurfte es für ihn der eigenen Überzeugung und zwar entweder durch sinnliche Anschauung oder durch irgendeinen seiner Fassungskräften und seinem fast noch ganz leeren Kopf anpassenden für ihn schlagenden Grund wo man seinem Verstand weder auf diese noch jene Weise beikommen konnte widersprach er zwar nicht ließ aber einstweilen die Sache dahingestellt bis er wie er zu sagen pflegte mehr gelernt habe ich sprach zu ihm unter anderem von dem bevorstehenden Winter und sagte dann werde er oft die Dächer der Häuser und alle Straßen der Stadt ganz weiß sehen so weiß wie die Wände seines Zimmerchens er meinte dies müsse dann recht schön sein gab jedoch deutlich zu verstehen dass er daran nicht eher glaube als bisher es werde gesehen haben als im folgenden Winter der erste Schnee gefallen war bezeigte er große Freude dass jetzt die Straßen wie Dächer die Bäume so gut angestrichen seien und ging schnell in den Hof um sich von der weißen Farbe zu holen kam aber alsbald weinend und plerrend mit weit auseinander gespreizten Fingern zu seinem Lehrer wieder hinauf indem er schrie die weiße Farbe habe ihn in die Hände gebissen höchst auffallend und ganz unerklärbar bei diesem Menschen war die bis zur Bedanterei getriebene Liebe zur Ordnung und Reinlichkeit von den vielen hundert Dingen seines kleinen Haushalts hatte jedes seinen bestimmten Platz wurde gehörig zusammengepackt sorgfältig auseinandergelegt symmetrisch geordnet und so weiter Unreinlichkeit oder was er dafür hielt war ihm an ihm selbst wie an anderen ein Abscheu er bemerkte fast jedes Stäubchen auf unseren Kleidern und als er auf meiner Halskrause einige Körner Schnupftabak sah machte er mich darauf mit Unwillen aufmerksam mir hastig andeutend dass ich diese garstigen Dinge wegwischen möge die merkwürdigste Erfahrung die aber erst einige Jahre später für mich ihre vollständige Bedeutung erlangte verschaffte ich mir durch folgende Probe auf welche ich dadurch geleitet wurde dass mir nach einer sehr naheliegenden Ideenverbindung bei dem aus dunklem Kerker erst im Jünglingsalter zum Tageslicht hervorgekommenen Kasper der berühmte Blinde des Ehefelden einfiel welcher wenige Wochen nach seiner Geburt erblindet erst im jünglingsalter nach glücklich vollbrachter Staroperation wiedersehend geworden war ich befahl Kaspern nach dem Fenster zu sehen deutete auf die große weite Aussicht in die schöne im Schmuck des Sommers prangende Landschaft und fragte ihn ob das nicht schön sei was er da draußen sehe er gehorchte fuhr aber sogleich mit sichtbarem Abscheu wieder zurück indem er ausrief garstig garstig dann auf die weiße Wand seines Zimmerchens deutend und sagte da nicht garstig auf meine weitere Frage warum dort garstig erfolgte nichts weiter als garstig garstig und so blieb mir denn vor der Hand nichts übrig als mir diesen Umstand wohl zu merken und die weitere Aufklärung von der Zeit zu erwarten wo Kasper sich besser werde verständlich machen können denn das sein Wegwenden von jener Gegend nicht bloß aus dem empfindlichen Eindruck des Lichts auf seine Sehnerven zu erklären sei glaubte ich deutlich wahrzunehmen seine Minen drückten diesmal nicht gerade Schmerz sondern vielmehr Abscheu und Grauen aus auch stand er in einiger Entfernung vom Fenster seitwärts sodass er zwar die Gegend sehen aber vom gerade einfallenden Lichtstrahl nicht getroffen werden konnte Als nun Kasper im Jahr 1831 einige Wochen lang bei mir als Hausgenosse war wo ich fortwährend Gelegenheit hatte ihn aufs genaueste zu beobachten und meine früheren Beobachtungen zu vervollständigen oder zu berichtigen kam unter anderem auch das obige an die Reihe ich fragte ihn ob er sich noch meines Besuchs bei ihm auf dem Turm und dann besonders des Umstandes erinnere dass ich ihn gefragt wie ihm die Gegend da draußen vor dem Fenster gefalle er habe sich damals mit Abscheu von diesem Anblick weggewendet und immer ausgerufen garstig garstig warum habe er das getan was sei ihm denn da vorgekommen ja freilich antwortete er mir war das sehr garstig was ich damals sah wenn ich nach dem Fenster blickte sah es mir immer so aus als wenn ein Laden ganz nahe vor meinen Augen aufgerichtet sei und auf diesem Laden habe ein Tüncher seine verschiedenen Pinsel mit weiß blau grün gelb Brot alles bunt durcheinander ausgespritzt einzelne Dinge darauf wie ich jetzt die Dinge sehe konnte ich nicht erkennen und unterscheiden das war denn gar abscheulich anzusehen dabei war es mir ängstlich zum Mut weil ich glaubte man habe mir das Fenster mit dem buntschäckigen Laden verschlossen damit ich nicht ins Freie sehen könne dass das was ich so gesehen Felder Berge Häuser gewesen dass manches Ding das mir damals größer vorkam als ein anderes viel kleiner sei als dieses manches große viel kleiner als wie ich es sah davon habe ich mich erst später auf meinen Spaziergängen ins Freie überzeugt endlich habe ich dann nichts mehr von dem Laden gesehen auf weitere Befragung bemerkte er anfangs habe er nicht unterscheiden können was wirklich rund dreieckig oder nur rund dreieckig gemalt gewesen die Pferde und Männer aus seinen Bilderbögen seien ihm gerade so vorgekommen wie seine in Holz geschnitzten Pferde und Menschen jene so rund wie diese oder diese so flach wie jene doch habe er beim Ein- und Auspacken seiner Sachen bald einen Unterschied gefühlt dann sei er erst selten endlich gar nicht mehr in den Fall gekommen solche Verwechslungen zu machen hier haben wir denn nun in Kaspar leibhaft den sehend gewordenen von Kindheit an Blinden des Ehefelden wieder hören wir was Voltaire und Diderot der hier mit Voltaire für eine Person gilt von diesem Blinden erzählen der junge Mann dem der geschickte Chirurg Ehefelden den Starr genommen wusste lange Zeit weder Größen noch Entfernungen noch Lagen noch sogar Figuren zu unterscheiden ein nur einen Zoll großer Gegenstand den man vor sein Auge hielt und der ihm ein Haus verdeckte erschien ihm so groß wie das Haus alle Gegenstände hatte er auf seinem Auge sie schienen ihm auf diesem Organ selbst zu haften wie die Gegenstände des Gefühls auf der Haut er konnte mit dem Gesicht dasjenige was er mit Hilfe seiner Hände für rund gehalten hatte von demjenigen nicht unterscheiden was er als eckig gefühlt hatte noch unterscheiden ob das was er als oben oder unten mit dem Gefühl wahrgenommen hatte in der Tat oben oder unten sei es gelang ihm endlich aber mit Mühe die sinnliche Überzeugung zu gewinnen dass sein Haus größer sei als sein Zimmer doch niemals begriff er wie das Auge ihm diese Vorstellung geben könne er bedurfte einer großen Menge von Erfahrungen um sich zu überzeugen dass die Malerei feste Körper vorstelle und als er durch öfteres Betrachten von Gemälden die Meinung gefasst hatte dass das nicht bloß Flächen seien die er sehe so befühlte er sie mit der Hand und war dann sehr erstaunt als er nur einer ebenen Fläche ohne alle Erhabenheiten begegnete dann fragte er welcher von beiden Sinnen ihn betrüge das Gefühl oder das Gesicht übrigens machten Gemälde auf Wilde die solche zum ersten Mal zu sehen bekamen denselben Eindruck sie nahmen die gemalten Figuren für lebende Menschen stellten Fragen an sie und waren ganz erstaunt dass sie ihnen keine Antwort gaben ein Irrtum an welchem allzu geringe Übung ihrer Sehkraft gewiss am allerwenigsten Schuld hatte auch Kinder in den ersten Wochen und Monaten nach ihrer Geburt sehen alles gleich nahe greifen nach dem glänzenden Knopf des fernen Kirchturms wissen das wirklich große und kleine von dem scheinbar kleinen und großen gemalte von wirklichen Dingen nicht zu unterscheiden weil bei Gegenständen des Gesichts und des Gefühls beide Sinne einander gegenseitig zur Hilfe kommen müssen wenn das betastete oder mit dem Auge gefasste Ding für das was es wirklich ist erkannt werden soll es beruht diese Erfahrung auf dem Elementargesetz alles Sehens worüber sich der große Engländer Birkelen folgendermaßen ausdrückt es ist wie ich glaube allgemein zugestanden dass Entfernung für sich allein und unmittelbar durch das Gesicht nicht wahrgenommen werden kann denn da die Entfernung eine Linie ist welche gerade zum Auge geht so wirft sie bloß einen Punkt in den Grund des Auges dieser Punkt bleibt unveränderlich derselbe die Entfernung sei länger oder kürzer auch ist es anerkannt dass wenn wir die Größe des Abstandes beträchtlich entfernter Gegenstände voneinander schätzen dieses mehr ein Akt eines auf Erfahrung gegründeten Urteils als des bloßen Sinnes ist zum Beispiel ich sehe eine große Menge von Gegenständen Häuser Feld Flüsse und dergleichen hintereinander liegen von welchen ich die Erfahrung habe dass sie einen beträchtlichen Raum einnehmen so schließe ich daraus dass der Gegenstand den ich hinter diesem anderen sehe in einer großen Entfernung steht Hingegen wenn mir ein Gegenstand matt und klein erscheint den ich einmal in der Nähe lebhaft und groß gesehen habe so urteile ich sogleich dass er fern ist dieses ist nun offenbar Ergebnis der Erfahrung ohne welche ich aus der Mattheit und Kleinheit nichts über die Entfernung der Gegenstände hätte urteilen können Die Anwendung dieses optischen Gesetzes und jener Erfahrungen auf die Sinnestäuschung Kaspars macht sich ganz von selbst Da Kaspar noch nicht weiter gegangen war als vom Turm zum Herrn Bürgermeister und allenfalls noch durch eine oder die andere Straße da er in Folge seiner reizbaren Augen wie aus Furcht zu fallen im Gehen stets auf seine Füße sah und aus Lichtscheu immer vermied in das offene Lichtmeer hinaus zu blicken so hatte er lange Zeit keine Gelegenheit über die Perspektive und die Entfernung der Gegenstände Erfahrung zu machen Alle die mancherlei Dinge der weiten Gegend samt einem ziemlich schmalen Streifen des blauen Himmels die den Raum des Fensters von dem unteren Teil des Rahmens bis oben hinauf ausfüllten mussten ihm daher als gleich nahe neben und übereinander liegende gestaltlose Erscheinungen mithin das Ganze als eine das Fenster bedeckende aufrecht stehende Tafel erscheinen auf welche die für ihn nicht unterscheidbaren kleineren und größeren verschieden gefärbten Gegenstände nur wie unförmliche bunte Kleckse sich ausnehmen konnten Ende von Abschnitt 5 Abschnitt 6 von Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen von Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach Abschnitt 6 Brachte der fast ununterbrochene Umgang mit den vielen die sich den ganzen Tag über zu Kaspar hindrängten den nicht zu verkennenden Gewinn dass er auf kurzem Weg mit vielerlei Dingen und Worten bekannt wurde und bald im Verstehen und Sprechen verhältnismäßig Fortschritte machte so war doch offenbar dass allerlei von Menschen deren Massen Kaspar Hauser preisgegeben war nicht wohl geeignet eine naturgemäße Entwicklung dieses verwahrlosten Jünglings zu fördern Wohl mochte keine Stunde des Tages vergehen die ihm nicht von dieser oder jener Seite her etwas Neues zugeführt hätte Was ihm aber auf diese Weise zu kam konnte doch nicht zum kleinsten Ganzen sich gestalten alles zusammengenommen häufte sich nur als ein ungeordnetes zerstreutes buntes allerlei von hundert und tausend halb und viertels Vorstellungen und Gedankenbruchstücken auf und nebeneinander Wurde so die leere Tafel seiner Seele bald genug beschrieben so wurde sie doch auch zugleich nur zu bald mit zum Teil sogar nichtswürdigen Dingen überfüllt entstellt und verwirrt Der ungewohnte Eindruck des Lichts und der freien Luft das befremdende meistens auch schmerzerregende mancherlei welches unaufhörlich zu gleicher Zeit auf alle seine Sinne einströmte die Kraftanstrengung womit seine wissensdurstige Seele sich aus sich selbst gleichsam herauszuarbeiten strebte alles Neue was sich erbot alles aber war ihr neu zu erfassen und heißhungrig gleichsam in sich hineinzuschlingen sich abarbeitete dieses alles war mehr als ein schwächlicher Körper und ein zartes beständig gereiztes und überreiztes Nervensystem ertragen konnte ich brachte von meinem Besuch bei Kaspar am 11. Juli die Überzeugung mit mir zurück welche ich auch am gehörigen Ort geltend zu machen suchte dass Kaspar Hauser entweder an einem Nervenfieber sterben oder in Wahnsinn oder Blödsinn untergehen müsse wenn nicht bald seine Lage geändert werde nach wenigen Tagen gingen meine Besorgnisse zum großen Teil in Erfüllung Kaspar wurde krank wenigstens so kränklich dass eine gefährliche Krankheit zu befürchten stand sein Arzt Doktor Osterhausen äußert sich in seinem deshalb dem Stadtmagistrat erstatteten berichtlichen Gutachten über Hausers damaligen Gesundheitszustand wie folgt die mannigfaltigen Eindrücke welche den bisher in einem Kerker lebendig begrabenen von aller Welt abgeschiedenen sich selbst überlassenen Kaspar Hauser ringsum bestürmten als er mit einem Male in die Welt und unter die Menschen hineingeworfen wurde und welche nicht einzeln sondern in Masse auf ihn einwirkten die verschiedenartigsten Eindrücke der freien Luft des Lichts der ihn umgebenden Gegenstände die ihm alle neu waren dann das Erwachen seines geistigen Ichs seine aufgeregte Lern- und Wissbegierde seine veränderte Lebensweise und so weiter alle diese Eindrücke mussten ihn notwendig gewaltsam erschüttern und endlich zumal bei seinem so sehr empfindlichen Nervensystem seiner Gesundheit nachteilig werden ich fand ihn als ich ihn wieder sah ganz verändert er war traurig sehr niedergeschlagen und ermattet die Reizbarkeit seiner Nerven war krankhaft erhöht seine Gesichtsmuskeln zuckten beständig seine Hände zitterten so sehr dass er kaum etwas halten konnte seine Augen waren entzündet konnten das Licht nicht vertragen und schmerzten ihn bedeutend wenn er lesen oder einen Gegenstand aufmerksam betrachten wollte sein Gehör war so empfindlich dass schon jedes laute Sprechen ihm heftige Schmerzen verursachte und er daher die Musik die er so leidenschaftlich liebte nicht mehr hören konnte er hatte Mangel an Esslust mangelhaften erschwerten Stuhlgang klagte über Beschwerden im Unterleibe und fühlte sich durchaus unbehaglich ich war nicht wenig wegen seines Zustandes besorgt da es nicht möglich war ihm mit Arzneien beizukommen teils weil er einen unbezwingbaren Abscheu vor allem Wasser und Brot ausgenommen hatte teils weil wenn er auch welche hätte nehmen können zu befürchten war es möchte selbst das indifferenteste mittel zu heftig auf seine so sehr gereizten Nerven einwirken und so weiter Kaspar Hauser wurde am 18. Juli aus seiner Wohnung auf dem Turm erlöst und dem an Geist und Herz gleich vorzüglichen Gymnasialprofessor Herrn Daumer der sich bisher schon der Unterweisung und Bildung dieses Menschen väterlich angenommen hatte zur Erziehung und häuslichen Pflege übergeben er fand in der Familie dieses Mannes einer würdigen Mutter und der Schwester seines Erziehers gewissermaßen den Ersatz für diejenigen Wesen die ihm die Natur gegeben und Menschenbosheit genommen hatte Auf den großen Andrang der Neugierigen denen Kaspar Hauser bisher im Turm preisgegeben war mag man aus dem einzigen Umstand den Schluss ziehen dass der Magistrat zu Nürnberg sobald Kaspar dem Professor Daumer übergeben war sich veranlasst sah am 19. Juli in öffentlichen Blättern folgendes Publikandum zu erlassen Vom Magistrat der Stadt Nürnberg ist der heimatlose Kaspar Hauser zur gehörigen Entwicklung seiner körperlichen und geistigen Kräfte einem besonderen hierzu geeigneten Lehrer übergeben worden damit aber beide hierin keine Störung erleiden und dem Kaspar Hauser die ihm in jeder Beziehung höchst nötige Ruhe zuteil und erhalten werde ist der Erzieher angewiesen worden keine Besuche bei Hauser mehr zuzulassen und das gesamte Publikum wird daher hiermit ebenfalls angewiesen sich derselben zu enthalten und sich dadurch der Wegweisung zu überheben welche im Falle der Zudringlichkeit mit polizeilicher hülfe erfolgen müßte anmerkung diese bekanntmachung hatte gleichwohl nicht die gewünschte vollständige wirkung wie nicht europäische 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 nationen von allen das ihm das ihm noch auf dieser welt vorgekommen Alles Übrige sei gar schlecht. Erst seit er in einem Bette schlief, hatte er Träume, die er aber anfangs nicht für Träume erkannte, sondern beim Erwachen seinem Lehrer als wirkliche Begegnisse erzählte, indem er zwischen Wachen und Träumen erst später einen Unterschied zu machen lernte. Anmerkung Der Psycholog, besonders unser geistreicher Schubert, wird diese Umstände nicht unbeachtet lassen und in ihnen ein frappantes Zeugnis für Kaspars damaligen Seelenzustand erkennen. Ende der Anmerkung Eine der schwersten Aufgaben war es, ihn an ordentliche Kost zu gewöhnen, was nur langsam und mit vieler Mühe und Vorsicht gelang. Anmerkung Ehe er warme Speisen vertragen konnte, hatte er beständig Durst und trank täglich zehn bis zwölf Maß kalten Wassers. Aber auch noch jetzt ist er ein gewaltiger Wassertrinker, sodass unser berühmter Wasserdoktor Professor Oertel ihn einem jeden zum Muster vorstellen könnte. Ende der Anmerkung Am frühesten verstand er sich zur Wassersuppe, die ihm täglich mehr behagte, weshalb er meinte, sie werde täglich besser zubereitet, und zuweilen fragte, warum man sie ihm denn nicht gleich anfangs so gut gemacht habe. Auch Mehlspeisen, Hülsenfrüchte und was sonst mit dem Brot Ähnlichkeit hat, sagte ihm zu. Indem man ihm erst einzelne Tropfen Fleischbrühe unter seine Wassersuppe mischte, dann wenige stark ausgekochte Fleischfasern ihn zu seinem Brote essen ließ, und diese Gaben mit Vorsicht nach und nach steigerte, gewöhnte man ihn allmählich an Fleischspeisen. Professor Daumer macht in seinen über Kaspar H. gesammelten Notizen die Bemerkung, »Nachdem dieser zuletzt ordentlich Fleisch essen gelernt, habe sich seine geistige Regsamkeit vermindert, die Augen hätten ihren Glanz und Ausdruck eingebüßt, sein lebendiger Trieb nach Tätigkeit habe nachgelassen, und das Intensive seines Wesens sei in Zerstreuungssucht und Gleichgültigkeit übergegangen, auch habe seine Fassungskraft bedeutend abgenommen. Ob dieses gerade Folge der Fleischspeisen oder nicht vielmehr Folge der nun in Abstumpfung übergehenden schmerzhaften Überreizung gewesen, bleibt wohl mit Recht unentschieden. Mit mehr Zuverlässigkeit ist hingegen anzunehmen, dass der Genuss warmer Kost und einiger Fleischspeisen auf sein Wachstum bedeutenden Einfluss haben musste. Im daumerschen Hause wurde er in wenigen Wochen um mehr als zwei Zolle größer. Da seine entzündeten Augen und sein mit jeder Anstrengung des Gesichts verbundenes Kopfweh ihm das Lesen, Schreiben, Zeichnen unmöglich machten, beschäftigte ihn Herr Daumer mit Papparbeiten, worin er sehr bald nicht geringe Geschicklichkeit erlangte. Auch lehrte er ihm das Schachspiel, das er ebenfalls bald erlernte und mit Vergnügen übte. Außerdem beschäftigte man ihn mit leichten Gartenarbeiten und machte ihn mit den verschiedenen Erzeugnissen, Erscheinungen und Kräften der Natur bekannt, wo dann kein Tag verging, der ihm nicht unzählig Neues gelehrt oder ihm Gegenstände des Befremdens, der Verwunderung, des Erstaunens zugeführt hätte. Nicht geringe Mühe und häufige Zurechtweisungen kostete es, ihm den Unterschied zwischen dem Organischen und Unorganischen, dem Lebenden und Toten sowie zwischen freiwilliger und von außen mitgeteilter Bewegung begreiflich und geläufig zu machen. Vieles, was eine Menschen- oder Tiergestalt hatte, mochte es aus Stein gehauen, aus Holz geschnitzt oder gemalt sein, hielt er noch immer für beseelt und mit allen den Eigenschaften begabt, die er an sich selbst oder anderen beseelten Wesen wahrnahm. Bei den an den Häusern der Stadt gemalten oder ausgehauenen Pferden, Einhörnern, Straußen und so weiter kam es ihm sehr verwunderlich vor, dass sie immer an einer Stelle blieben und nicht davonliefen. Gegen eine Statue in dem Hausgarten äußerte er seinen Unwillen, dass sie so schmutzig aussehe und sich doch nicht wasche. Als er zum ersten Mal das große Kruzifix des Veit Stoss an der Außenseite der Sebalduskirche sah, erregte ihm dieser Anblick Entsetzen und Jammer. Er bat flehentlich, man möge den gequälten Menschen da droben herunternehmen und wollte sich lange nicht zufrieden geben, obgleich man ihm zu erklären versucht hatte, dass dieses kein wirklicher Mensch, sondern nur ein Bild sei und nichts empfinde. Jede Bewegung, die er an was immer für einem Gegenstande wahrnahm, hielt er für freiwillig und das Ding, woran sie sich äußerte, für belebt. Ein Blatt Papier, das der Wind herabwehte, war vom Tisch hinweggelaufen. Ein von einer Anhöhe herabrollendes Kinderwägelchen machte sich das Vergnügen, sich selbst von der Höhe herabzufahren. Der Baum bekundete ihm Leben, indem er seine Zweige und Blätter bewegte und sprach, wenn der Wind durch seine Blätter rauschte. Einem Knaben, der mit einem Stecken auf den Stamm eines Baumes schlug, bezeigte er seinen Unwillen darüber, dass er dem Baum so wehe tue. Die Kugeln einer Kegelbahn liefen, nach seinen Äußerungen zu schließen, freiwillig, taten anderen Kugeln wehe und waren, wenn sie endlich stillstanden, vom Laufe müde. Professor Daumer bemühte sich eine Weile vergebens, ihm die Überzeugung beizubringen, dass eine Kugel sich nicht freiwillig bewege. Es gelang ihm dieses erst dadurch, dass er Kaspern selbst aus seinem Brot eine Kugel formen und ihn dieselbe dann vor sich herrollen ließ. Dass ein Brummkreisel, den er schon eine Weile hatte tanzen lassen, nicht freiwillig sich bewege, wurde ihm erst klar, als ihm vom öfteren Aufziehen der Schnur der Armwehe tat und er sich dadurch seiner eigenen Kraft, die er bei jener Kreiselbewegung verwendet hatte, fühlbar bewusst wurde. Vollends den Tieren legte er längere Zeit dieselben Eigenschaften wie den Menschen bei und schien sie von diesen nur durch ihre Gestalt zu unterscheiden. Er ärgerte sich darüber, dass die Katze bloß mit dem Mund esse, ohne dabei ihre Hände zu gebrauchen. Er wollte sie dann das Essen mit den Pfoten leeren, versuchte sie aufrecht gehen zu machen, sprach mit ihr wie mit seinesgleichen und bezeigte Unwillen, dass sie gar nicht darauf achte und nichts lernen wolle. Dagegen lobte er gar sehr die Folksamkeit eines Hundes. Als er eine graue Katze sah, fragte er, warum sie sich nicht wasche, damit sie weiß werde. Da er Ochsen auf dem Straßenpflaster gelagert sah, verwunderte er sich, dass sie nicht nach Hause gingen und sich da niederlegten. Ganz zuwider war es ihm, dass die Pferde, Ochsen und so weiter die Straße verunreinigten und nicht wie er auf den Abtritt gingen. Sagte man ihm bei diesem oder jenem, was er von den Tieren verlangte, sie könnten dieses nicht, so war er gleich mit der Antwort bei der Hand, sie möchten es dann nur lernen, er habe ja auch schon vieles gelernt und müsse noch immer vieles lernen. Vom Entstehen und Wachsen des Organischen in der Natur hatte er anfangs noch weniger eine Vorstellung. Er äußerte sich immer so, als wären alle Bäume in den Boden hineingesteckt, alle Blätter, Blumen und Blüten von Menschenhänden gemacht und daran gehängt. Den ersten Stoff zu einer Vorstellung vom Entstehen der Pflanzen gewann er, nachdem er auf Geheiß seines Lehrers mit eigener Hand einige Bohnen in einen Blumentopf gesteckt hatte und er diese nun gleichsam unter seinen Augen Keimen und Blättertreiben gesehen hatte. Überhaupt pflegte er fast bei jedem ihm neuen und auffallenden Naturgegenstande zu fragen, wer dieses Ding gemacht habe. Für die Schönheiten der Natur hatte er fast gar keinen Sinn. Die Natur schien ihn nur insoweit anzusprechen, als sie seine Neugier beschäftigte und ihm zu der Frage Anlass gab, wer dieses oder jenes Ding gemacht habe. Als er zum ersten Mal einen Regenbogen sah, bezeigte er zwar daran in den ersten Augenblicken sein Wohlgefallen, wendete sich aber doch kurz darauf wieder von diesem Anblick ab, in dem die Frage, wer dieses Ding gemacht habe, ihm weit mehr als die Herrlichkeit der Erscheinung selbst am Herzen lag. Ein Anblick machte jedoch hiervon eine merkwürdige Ausnahme und wurde ein großes, ihm unvergeßliches Ereignis seines mehr und mehr sich entfaltenden geistigen Lebens. Es war im Monat August 1829, als ihm an einem schönen, heitern Sommerabend sein Lehrer zum ersten Mal den gestirnten Himmel zeigte. Sein Erstaunen und Entzücken überstieg jede mögliche Schilderung. Er konnte sich nicht satt daran sehen, kehrte immer wieder zu diesem Anblick zurück, fasste dabei die verschiedenen Sterngruppen richtig ins Auge und bemerkte die ausgezeichneten hellen Sterne mit ihren verschiedenen Farben. »Das«, rief er aus, »das ist aber doch das Schönste, was ich noch auf der Welt gesehen habe.« »Wer aber hat die vielen schönen Lichter da hinaufgestellt? Wer zündet sie an? Wer löscht sie wieder aus?« Als man ihm sagte, dass sie wie die Sonne, die er schon kenne, immer fortleuchteten, aber nicht immer gesehen würden, fragte er von Neuem, wer sie denn da oben hinaufgesetzt habe, dass sie immer fortbrennen. Endlich verfiel er, indem er gesenkten Kopfes unbeweglich mit starren Augen dastand in tiefes Ernstes Nachdenken. Als er wieder zu sich kam, war sein Entzücken in Schwermut übergegangen. Er ließ sich zitternd auf einen Stuhl nieder und fragte, warum jener böse Mann ihn doch nur immer eingesperrt gehalten und von allen diesen schönen Sachen ihm gar nichts gezeigt habe. Er, Kaspar, habe doch nichts Böses getan. Er brach hierauf in ein langes, schwer zu stillendes Weinen aus und sagte, man möge nun auch einmal den Mann, bei dem er immer gewesen, auf ein paar Tage einsperren, damit er wisse, wie hart dieses sei. Vor diesem großen Himmelsschauspiele hatte Kaspar noch nie Unwillen gegen jenen Mann geäußert, noch weniger von einer Bestrafung desselben etwas wissen wollen. Nur die Müdigkeit und der Schlummer vermochten seine Empfindungen zur Ruhe zu bringen. Er schlief, was vorher noch nie geschehen war, erst gegen elf Uhr ein. Überhaupt begann er erst in Daumers Familie, wie es schien, über sein Schicksal nachzudenken und was dieses ihm vorenthalten und genommen, mehr und mehr zu erkennen und schmerzlich zu empfinden. Erst hier wurde ihm die Vorstellung von Familie, von Verwandtschaft und Freundschaft, von dem menschlichen Verhältnis zwischen Eltern, Kindern und Geschwistern nahegebracht. Erst hier erhielten die Namen Mutter, Schwester, Bruder für ihn eine Bedeutung, indem er sah, wie Mutter, Schwester, Bruder durch gegenseitige Liebe verbunden füreinander sorgten und sich wechselseitig zu Gefallen lebten. Er wollte erklärt haben, was denn eigentlich Mutter sei, was Bruder, was Schwester. Man suchte ihn so gut als möglich durch eine schickliche Antwort zu befriedigen. Bald darauf fand man ihn auf seinem Stuhle sitzend mit Tränen in den Augen und wie es schien, in tiefe Betrachtungen versunken. Als er gefragt wurde, was er denn wieder habe, antwortete er weinend, er habe darüber nachgedacht, warum denn er nicht auch eine Mutter, einen Bruder und eine Schwester habe, denn dies sei doch gar zu schön. Da seine hohe Reizbarkeit zu dieser Zeit das Ausruhen von jeder geistigen Anstrengung gebot und vor allem die Kräfte seines schwächlichen Körpers der Übung und Stärkung bedurften, so schien nebst anderen körperlichen Beschäftigungen besonders auch das Reiten seiner Gesundheit förderlich werden zu können, zumal er hierzu besondere Lust bezeigte. Wie früher die hölzernen Rosse waren schon längst die Lebenden seine Lieblinge geworden. Unter allen Tieren war ihm das Pferd das schönste Geschöpf und wenn er einen Reiter sein Rosttummeln sah, quoll seine Brust von dem Wunsche über, wenn er doch auch einmal so ein Ross unter sich haben könnte. Der Stallmeister zu Nürnberg, Herr von Rumpler, hatte bald die Gefälligkeit, diese Sehnsucht zu stillen. Er nahm unseren Kaspar unter seine Schüler auf. Kaspar mit der gespanntesten Aufmerksamkeit alles beobachtend, was ihm und anderen Schollaren von dem Lehrer gezeigt und vorgemacht wurde, hatte sich schon in der ersten Stunde die Hauptregeln und Elemente der Reitkunst nicht bloß gemerkt, sondern auch nach den ersten Versuchen sogleich angeeignet und in wenigen Tagen war er bereits so weit, dass Schollaren, Junge und Alte, die schon mehrere Monate lang Unterricht genossen hatten, in ihm ihren Meister erkennen mußten. Seine Haltung, sein Mut, die richtige Führung des Pferdes setzten jedermann in Erstaunen und er traute sich zu, was außer ihm und seinem Lehrer niemand zu unternehmen wagte. Als einst der Stallmeister auf der Reitbahn ein eigenwilliges türkisches Ross umhergetummelt hatte, schreckte ihn dieser Anblick so wenig, dass er dieses Pferd sich selbst zum Reiten ausbahrt. Nachdem er sich einige Zeit lang geübt hatte, wurde ihm die Reitschule zu eng, er verlangte mit seinem Ross ins Freie und hier bewies er dann nebst Geschicklichkeit eine so unermüdliche Ausdauer, Härte und Zähigkeit des Körpers, dass es ihm die Geübtesten hierin kaum gleich tun konnten. Am liebsten hatte er mutige und hart trabende Pferde. Er ritt oft viele Stunden lang ununterbrochen, ohne müde zu werden, ohne sich wund zu reiten oder nur in den Schenkeln oder im Gesäß Schmerzen zu empfinden. An einem Nachmittag ritt er fast beständig in vollem Trab von Nürnberg auf die sogenannte Alte Feste und von da wieder zurück und dieser Schwächling, der um dieselbe Zeit von einigen Gängen in der Stadt so müde geworden war, dass er sich um ein paar Stunden früher als gewöhnlich erschöpft zu Bett legen musste, kam von jenem gewaltigen Ritt wieder so frisch und kräftig nach Haus, als wenn er im Schritt nur von einem Tor der Stadt zum anderen geritten wäre. Er scherzte zuweilen über die Unempfindlichkeit seines Gesäßes, indem er sagte, wäre alles an mir so gut wie mein Hinterteil, so stünde es sehr gut mit mir. Dass das vieljährige Sitzen auf hartem Boden an dieser Unempfindlichkeit seines Hinterteils den meisten Anteil habe, wie Professor Daumer vermutet, ist allerdings nicht unwahrscheinlich. Man könnte jedoch überdies aus der Pferdelust Hausers und seiner gleichsam instinktmäßigen Reitergeschicklichkeit den nicht ganz unhaltbaren Schluss ziehen, er möge von Geburt einer Reiternation angehören. Denn dass ursprünglich nur durch Kunst erworbene Fertigkeiten mehrere Generationen hindurch fortgesetzt, zuletzt sich als habituelle Neigung und besonders ausgezeichnete Anlage fortpflanzen können, ist nicht unbekannt, wofür die Schwimmfertigkeit der Südseeinsulaner, die Scharfsichtigkeit der Jägernationen Amerikas und so weiter als Beispiele dienen. Wenn ein gewisser, fein riechender Polizeimann durch das auffallende Reitertalent Kaspars zu der Vermutung verleitet wurde, Kaspar sei vielleicht ein junger englischer Reiter, der seiner Bande entlaufen, um auf eigene Rechnung mit den gutmütigen Nürnbergern Komödie zu spielen, so wird nicht leicht jemand dem Erfinder die Ehre seiner Hypothese streitig machen wollen. Anmerkung Herr Merker zu Berlin Ende der Anmerkung Was nächst dem seltenen Reitertalent Hausers während seines Aufenthalts bei Professor Daumer als Eigentümlichkeit sich besonders bemerklich machte, war die fast übernatürliche Beschaffenheit, Schärfe und Erhöhung aller seiner Sinne. Was das Sehen betrifft, so gab es für ihn keine Dämmerung, keine Nacht, keine Finsternis. Man wurde hierauf zuerst aufmerksam, als man bemerkte, dass er bei Nacht überall hin mit der größten Sicherheit vorwärts schreite und dass er, so oft er an einem dunklen Ort ging, das ihm angebotene Licht ausschlug. Mit Verwunderung oder Lachen sah er öfters den Leuten zu, die an dunklen Orten zum Beispiel nachts, beim Eintritt in das Haus und beim Treppensteigen, durch Tappen und Anhalten sich zu helfen suchten. Im Dämmerlicht sah er sogar bei weitem besser als am hellen Tage. So las er nach Untergang der Sonne auf der Straße eine Hausnummer, die er bei Tage wenigstens in solcher Ferne nicht würde erkannt haben, auf ungefähr hundertachtzig Schritte weit. Bei tiefer Dämmerung machte er einst seinen Lehrer auf eine Mücke aufmerksam, die in einem sehr entfernten Spinnengewebe hing. In einer Entfernung von gewiß sechzig Schritten unterschied er die Beeren der Trauben von den Holunderbeeren und diese von Schwarzbeeren. Bei völliger Nacht unterschied er nach sorgfältig mit ihm angestellten Versuchen die Farben, selbst verschiedene dunkle Farben wie die blaue und grüne. Wenn bei einbrechender Dämmerung ein gewöhnliches weitsichtiges Auge nur erst drei oder vier Sterne am Himmel sah, erkannte er bereits die Sterngruppen und wusste die einzelnen Sterne darin, nach ihrer Größe und eigentümlichem Farbenspiel zu unterscheiden. Vom Nürnberger Schlosszwinger aus zählte er eine Reihe Fenster des Schlosses Marloffstein und von der Burg aus die Fensterreihe eines unterhalb der Festung Rothenberg liegenden Hauses. Sein Auge war ebenso scharf in der Nähe als weit tragend in die Ferne. Bei Zergliederung von Blumen bemerkte er feine Unterschiede und zarte Teile, welche der Beobachtung anderer ganz entgangen waren. Fast nicht minder scharf und weitreichend war sein Gehör. In einer verhältnismäßig sehr großen Entfernung hörte er bei einem Spaziergang auf dem Feld die Tritte mehrerer Wanderer und unterschied diese Tritte nach ihrer Stärke. Einst hatte er Gelegenheit, die damalige Schärfe seines Gehörs mit dem noch feinern eines Blinden zu vergleichen, der jeden auch noch so leisen Tritt eines Barfüßigen bemerkte. Bei dieser Gelegenheit äußerte er, früher sei sein Gehör ebenso scharf gewesen, habe aber, seitdem er Fleisch zu essen angefangen, bedeutend abgenommen, so dass er nicht mehr durchs Gehör so fein unterscheiden könne wie dieser Blinde. Unter allen Sinnen war es der Geruch, der sich ihm am zudringlichsten und peinlichsten erwies und ihm vor allem anderen das Leben auf dieser Welt zur Qual machte. Was für uns geruchlos ist, war es nicht für ihn. Die feinsten, lieblichsten Gerüche der Blumen, zum Beispiel der Rose, waren ihm Gestank oder affizierten schmerzlich seine Nerven. Was uns anderen allenfalls bloß in der Nähe durch den Geruch sich ankündigt, roch er in der weitesten Ferne. Mit Ausnahme des Geruchs von Brot, Fenchel, Anis, Kümmel, an die er sich, wie er versichert, schon in seinem Gefängnis gewöhnt hatte, denn sein Brot war mit diesen Gewürzen bestreut, waren alle Arten von Gerüchen ihm mehr oder weniger widerlich. Als er einst gefragt wurde, welcher Geruch ihm der angenehmste sei, antwortete er, gar keiner. Seine Spaziergänge oder Spazierritte, da sie ihn bald an Blumengärten, bald an Tabaksfeldern, bald an Nussbäumen oder anderen seinem Geruch empfindlichen Pflanzen vorbeiführten, wurden ihm dadurch oft gar sehr verleidet und er musste dann seine Erholungen in freier Luft mit Kopfweh, Angstschweiß und Fieberanfällen bezahlen. Tabak, der auf dem Feld in der Blüte stand, roch er auf mehr als 50 Schritte, zum Trocknen aufgehängte Tabaksbündel, wie sie in den Dörfern um Nürnberg an den Häusern hängen, auf mehr als 100 Schritte. Äpfel, Birnen und Zwetschenbäume konnte er schon am Geruch ihrer Blätter aus der Ferne voneinander unterscheiden. Die verschiedenen Farbstoffe an den Wänden, Gerätschaften, Kleidern und so weiter, die Pigmente, mit denen er seine Bilder illuminierte, Tinte, Bleistift, womit er schrieb, alles, was ihn umgab oder ihm nahte, hauchte ihm widerliche oder schmerzliche Gerüche entgegen. Wenn auf der Straße ein Schornsteinfeger mehrere Schritte vor ihm hinging, wendete er vor dem Geruch desselben schaudernd sein Gesicht ab. Auf den Geruch eines alten Käses wurde ihm unwohl und er musste sich erbrechen. Als er einst Essig roch, der einen starken Schritt von ihm entfernt stand, wirkte dessen Schärfe so sehr auf seine Geruchs- und Augennerven, dass ihm das Wasser aus den Augen trat. Wenn Wein in ziemlicher Entfernung von ihm auf dem Tische eingeschenkt stand, so klagte er über widrigen Geruch und über Hitze im Kopf. Mit einer geöffneten Champagnerflasche konnte man ihn zuverlässig vom Tische jagen oder krank machen. Was wir übelriechend nennen, schien ihn weit weniger unangenehm zu affizieren als unsere Wohlgerüche. So sagte er zum Beispiel, er wolle weit lieber Katzenkot riechen, weil er ihm weniger im Kopf wehtue als Pomade und weit lieber jede Art Kot als kölnisches Wasser oder gewürzte Schokolade. Der Geruch von frischem Fleisch war ihm der schrecklichste von allen, sogar der Gestank von Katzenkot und der Geruch von Stockfischen war ihm erträglicher. Als Professor Daumer im Herbst 1828 mit Kaspar dem Johanniskirchhofe bei Nürnberg nahe kam, wirkte der Totengeruch, von welchem Professor Daumer selbst nicht das Mindeste spürte, so stark auf ihn, dass er sogleich zu frieren anfing und die Gebärden des Schauders machte. Der Frost ging bald nachher in Fieberhitze über, die zuletzt in einem heftigen Schweiß ausbrach, der sein Hemd durch und durch tränkte. Solche Hitze, sagte er später, habe er noch nie empfunden. Auf dem Rückweg in der Nähe des Stadttors wurde ihm wieder wohl, doch klagte er, dass es ihm vor seinen Augen dunkler geworden sei. Ähnliche Zufälle erlitt er, als er einmal am 18. September 1828 lange neben einem Tabaksfelde herzugehen hatte. Auf die besondere Beschaffenheit des Gefühlsvermögens Kaspars und dessen Empfänglichkeit besonders für Metallreize ward Professor Daumer zuerst aufmerksam, als jener sich noch auf dem Turm befand. Hier machte ihm einst ein Fremder ein Geschenk mit einem Spielpferdchen und einer kleinen Magnetstange, womit jenes, welches vorn mit Eisen beschlagen war, im Wasser schwimmend herumgezogen werden konnte. Als Kaspar den Magnet nach der Anweisung gebrauchen wollte, fühlte er sich von demselben sogleich auf das Unangenehmste affiziert, verschloss dieses Spielzeug alsbald in das dazugehörige Kästchen und holte es nie wieder aus demselben hervor, um es, wie er mit seinen anderen Spielsachen zu tun pflegte, den Besuchenden zu zeigen. Späterhin über den Beweggrund seines Benehmens befragt, äußerte er, jenes Pferdchen habe ihm einen Schmerz verursacht, den er durch den ganzen Leib in allen Gliedern gespürt habe. Nachdem er zu Professor Daumer gezogen war, hielt er das Kästchen mit dem Magnet in einem Koffer verwahrt, aus welchem es einmal beim Aufräumen seiner Sachen zufällig wieder zum Vorschein kam. Professor Daumer, der sich der früheren Erscheinung erinnerte, kam jetzt auf den Gedanken, mit dem Magnet des Pferdchens an Kaspar einen Versuch zu machen. Kaspar spürte sogleich die auffallendsten Wirkungen, hielt Professor Daumer den Nordpol gegen ihn, so griff Kaspar in die Gegend der Herzgrube und zog seine Weste auswärts, indem er sagte, so ziehe es ihn, es gehe wie ein Luftzug von ihm aus. Der Südpol wirkte weniger stark auf ihn und er sagte von ihm, es wehe ihn an. Professor Daumer und Professor Hermann machten hierauf verschiedentlich ähnliche Versuche mit ihm, welche zugleich darauf berechnet waren, ihn irre zu führen, doch immer sagten ihm jene Empfindungen ganz richtig und zwar bei bedeutender Ferne des Magnets, wann der Südpol oder der Nordpol oder auch keiner von beiden ihm zugewendet war. Lange durften solche Versuche nicht fortgesetzt werden, weil ihm bald der Schweiß auf die Stirne trat und er sich unwohl fühlte. Über seine Empfindlichkeit gegen andere Metalle und dessen Gabe, sie durch das bloße Gefühl zu unterscheiden, hat Professor Daumer sehr viele Tatsachen gesammelt, aus welchen ich jedoch nur einige heraushebe. Im Herbst 1828 kam er einst zufällig in ein mit Metall besonders Messingwaren angefülltes Gewölbe. Kaum war er eingetreten, so eilte er unter Äußerungen heftigen Schauders wieder auf die Straße hinaus, indem er sagte, da drinnen ziehe es ihn am ganzen Körper von allen Seiten. Ein ihn besuchender Fremder drückte ihm einmal ein kleines Goldstück ungefähr von der Größe und Dicke eines Kreuzers in die Hand, ohne dass Kaspar es ansehen konnte, dieser aber sagte sogleich er fühle Gold in seiner Hand. Professor Daumer legte einst in Kaspars Abwesenheit einen goldenen Ring, einen Zirkel von Stahl und Messing nebst einer silbernen Reisfeder unter Papier, so dass es unmöglich war zu bemerken, was darunter verborgen sei. Daumer befahl ihm, mit seinem Finger, jedoch ohne das Papier zu berühren, darüber hinzufahren. Es geschah, und an der Verschiedenheit und Stärke des Zuges, den die Metalle gegen seine Fingerspitzen ausübten, unterschied er richtig alle jene Gegenstände nach ihrem Stoff wie nach ihrer Form. Einst führte Daumer, als gerade der Arzt Dr. Osterhausen und der königliche Kronfiskal Brunner aus München zugegen waren, den Kaspar, um ihn auf die Probe zu stellen, zu einem mit einer Wachsdecke überzogenen Tisch, auf welchem ein Bogen Papier lag, und forderte ihn auf, zu sagen, ob kein Metall darunter liege. Er fuhr mit dem Finger in einiger Entfernung darüber hin und sagte dann, da zieht es. Diesmal aber, erwiderte Daumer, hast du dich denn doch getäuscht, denn siehe, indem er den Bogen Papier aufhob, es liegt nichts darunter. Hauser zeigte sich anfangs betroffen, fühlte aber doch von Neuem nach der Stelle hin, wo er den Zug gespürt haben wollte, und versicherte wiederholt, da fühle er einen Zug. Man hob nun die Wachsdecke auf, suchte genau nach, und es kam eine Nadel zum Vorschein. Das Gefühl, welches ihm Mineralien erregten, bezeichnete er durch ein Ziehen, das ihn zugleich mit Kälte überlaufe, nach Verschiedenheit der Gegenstände in seinem Arm mehr oder weniger hoch aufsteige und auch sonst noch sich eigentümlich unterscheide. Dabei schwollen ihm sichtbar die Adern der Hand, die dem Metallreize ausgesetzt gewesen war. Ende des Dezembers 1828, wo die krankhafte Reizbarkeit seiner Nerven beinahe schon ganz gehoben war, verschwand auch allmählich seine Empfindlichkeit für Metallreize und verlor sich endlich ganz. Nicht minder auffallend äußerte sich in ihm der tierische Magnetismus, für welchen er weit längere Zeit als für Metallreize Empfänglichkeit behielt. Da jedoch diese Erscheinungen an Kaspar im Wesentlichen mit ähnlichen Bekannten übereinstimmen, so ist es überflüssig ins Einzelne einzugehen und es dürfte wohl nur zu bemerken sein, dass er die Empfindung des auf ihn einströmenden magnetischen Fluidums immer ein Anblasen nannte. Solche magnetische Empfindungen hatte er nicht bloß bei Menschen, wenn diese mit der Hand ihn berührten, die Fingerspitzen selbst in einiger Entfernung gegen ihn ausstreckten und so weiter, sondern auch bei Tieren. Wenn er ein Pferd anfasste, ging es ihm, wie er sagte, kalt den Arm hinauf. Setzte er sich darauf, so war ihm, als gehe ihm ein Luftzug durch den Leib. Diese Empfindungen vergingen jedoch, sobald er sich mit seinem Pferd ein paar Mal auf der Reitbahn herumgetummelt hatte. Griff er eine Katze beim Schweif an, so überfiel ihn ein starker Kälteschauder und es war ihm, als habe er einen Schlag auf die Hand bekommen. Im März 1829 wurde er zum ersten Mal in eine Hütte geführt, worin ausländische Tiere zu sehen waren und nach seinem Wunsch auf den dritten Platz gestellt. Sogleich beim Eintritt empfand er ein Fieberfrösteln, das, als die gereizte Klapperschlange zu rasseln begann, viel stärker wurde und bald in Hitze mit vielem Schweiß überging. Der Blick der Schlange war dem Platze, wo er stand, nicht zugewendet. Er war sich übrigens dabei, wie er versicherte, weder des Schreckens noch der Furcht bewusst. Wir verlassen nunmehr die physische und physiologische Seite Kaspars, um in eine tiefere Region seines Wesens einige Blicke zu werfen, die, indem sie uns die Schärfe seines natürlichen Verstandes verraten, zugleich auf sein Lebensschicksal und auf die gänzliche Verwahrlosung, worin menschliche Verruchtheit ihn versenkt hatte, den bündigen Schluss ziehen lassen. In seiner Seele voll kindlicher Güte und Milde, die ihn unfähig machte, einem Wurm oder einer Fliege, geschweige einem Menschen Wehe zu tun, welche in jeder Beziehung so fleckenlos und rein sich erwies, wie der Abglanz des Ewigen in der Seele eines Engels, brachte er, wie schon früher bemerkt worden, keine Idee, keine Ahnung von Gott, keinen Schatten eines Glaubens an irgendein höheres unsichtbares Dasein aus seinem Kerker mit sich in die Welt des Lichts. Wie ein Tier aufgefüttert, selbst im Wachen schlafend, in der Wüste seines engen Kerkerraums von nichts angeregt, als von den gröbsten tierischen Bedürfnissen, mit nichts beschäftigt, als mit seinem Futter und mit dem ewigen Einerlei seiner Rosse, war sein Seelenleben dem Leben der Auster zu vergleichen, die am Felsen klebend nichts empfindet als ihren Fraß, nichts vernimmt als den ewig einförmigen Schlag der Wellen und da im engen Raum ihres Gehäuses auch die beschränkteste Vorstellung von einer Welt außer ihr keinen Platz findet, noch weniger von demjenigen etwas zu ahnen vermag, was über So kam den Kaspar freilich ohne Vorurteile, aber auch ohne allen Sinn für Unsichtbares, Unkörperliches, Ewiges auf die obere Welt, wo er vom betäubenden Strudel der Außendinge erfasst und umhergetrieben mit den sichtbaren Wirklichkeiten schon allzu viel zu tun hatte, als dass auch noch das Bedürfnis zum Unsichtbaren in ihm so leicht hätte aufkommen können. Nichts hatte anfangs Wirklichkeit für ihn, als was er sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken konnte, und sein Erwachter, bald auch grübelnder Verstand ließ von allem dem Nichts gelten, was nicht auf seinem sinnlichen Bewusstsein fußte, nicht in den Bereich seiner Sinne gestellt, in die Form eines ihm naheliegenden groben Verstandes Begriffs gebracht werden konnte. Lange waren alle Bemühungen auf gewöhnlichem Weg religiöse Vorstellungen in ihm zu erwecken ganz fruchtlos. Gegen Professor Daumer beklagte er sich ganz naiv, dass er gar nicht wisse, was doch die Geistlichen mit allen den Dingen wollten, die er nicht begreifen könne. Um seinen plump materialistischen Vorstellungen etwas abzugewinnen, versuchte es Professor Daumer auf folgende Weise, ihn wenigstens vorläufig für die Denkbarkeit und Möglichkeit einer unsichtbaren Welt besonders einer Gottheit empfänglich zu machen. Daumer fragte ihn, ob er nicht Gedanken, Vorstellungen und einen Willen in sich habe und als er es bejahte, ob er diese sehen, hören und so weiter könne. Da er mit Nein antwortete, machte ihm sein Lehrer bemerklich, wie es folglich nach seinem eigenen Bewusstsein Dinge gebe, die man nicht sehen noch sonst äußerlich wahrnehmen könne. Kaspar gestand dieses zu und war sehr erstaunt über die Entdeckung der unkörperlichen Natur seines inneren Wesens. Daumer fuhr fort, ein Wesen, das Denken und Wollen könne, heiße ein Geist. Gott sei nun ein solcher Geist und verhalte sich zu der Welt wie Kaspars eigenes Denken und Wollen zu seinem Körper. Wie er Kaspar in seinem Körper durch unsichtbares Denken und Wollen sichtbare Veränderungen hervorbringen, zum Beispiel seine Hände und Füße bewegen könne, so könne es auch Gott in der Welt. Er sei das Leben in allen Dingen, er sei der in der ganzen Welt wirkende Geist. Professor Daumer befahl ihm jetzt seinen Arm zu bewegen und fragte ihn, ob er nicht zu gleicher Zeit auch den anderen Arm aufheben und bewegen könne. Allerdings. Nun denn fuhr Daumer fort, so siehst du also daraus, dass dein unsichtbares Denken und Wollen, das ist dein Geist zu gleicher Zeit in zwei deiner Glieder, also an zwei verschiedenen Orten zugleich sein und wirken kann. Dieses ist denn ebenso bei Gott, aber im Großen, und nun wirst du ungefähr verstehen, was das heißt, Gott ist allgegenwärtig. Kaspar bezeigte große Freude, als ihm dieses klar geworden war und äußerte zu seinem Lehrer, was er ihm da gesagt habe, sei doch etwas Wirkliches, während andere Leute nie etwas Rechtes ihm darüber gesagt hätten. Belehrungen, wie die oben bemerkten, hatten übrigens lange Zeit keine andere Folge, als dass Hauser gegen die Idee von Gott sich nicht mehr widerspenstig bezeigte und nun der Weg gefunden war, auf welchen man religiöse Vorstellungen seiner Seele nahebringen könne. Der ihm eingeborene Pyro kam indessen bei vielen Gelegenheiten immer wieder von Neuem in veränderter Gestalt und nach anderen Richtungen hin zum Vorschein. Einmal fragte er, ob er von Gott etwas Bestimmtes bitten dürfe und ob ihm das Gebetene auch gewährt werde, zum Beispiel wenn er Gott bitte, ihm von seinem damals eingetretenen Augenübel zu helfen. Allerdings war die Antwort dürfe er bitten, nur müsse er es der Weisheit Gottes anheimstellen, ob dieser es auch für gut finde, ihm seine Bitte zu gewähren. Aber erwiderte er hierauf, ich will ja meine Augen wiederhaben, damit ich lernen und arbeiten kann, und das muss ja doch gut für mich sein, Gott kann also nichts dagegen haben. Wurde er hierauf belehrt, Gott habe zuweilen seine unerforschlichen Gründe und auch das, was uns gut scheint, zu versagen, um uns zum Beispiel durch Leiden zu prüfen, in Geduld zu üben und so weiter, so gingen diese Lehren immer nur kalt an ihm vorüber und fanden keine Anerkennung. Seine Zweifel, Fragen und Einwendungen setzten nicht selten seinen Lehrer in nicht geringe Verlegenheit. Zum Beispiel, als er einst, da von Gottes Allmacht die Rede war, die Frage stellte, ob denn Gott der Allmächtige auch die Zeit könne rückgängig machen, eine Frage, welche auf sein früheres Lebensschicksal eine ironische, bittere Beziehung hatte und im Hintergrund die Frage versteckte, ob denn Gott seine Kindheit und Jugend, die er lebendig in einem Grabe verloren, ihm wieder zurückgeben könne. Aus diesem Wenigen mag man schließen, wie es vollends mit der positiven Religion, mit der christlichen Dogmatik, mit dem Geheimnis der Versöhnungslehre und anderen der gleichen Lehren stand, worüber seine Äußerungen anzuführen ich mich gern enthalte. Vor zwei Ständen hatte Kaspar geraume Zeit einen nicht zu bezwingenden Abscheu, vor den Ärzten und den Geistlichen, vor den Ersten wegen der abscheulichen Arzneien, die sie verschrieben und womit sie die Leute krank machten, vor den Letzten, weil sie ihn ängstigten und durch unverständliches Zeug, wie er sich ausdrückte, verwirrten. Sah er einen Pfarrer, so geriet er in Schreck und Entsetzen. Fragte man ihn um die Ursache, so antwortete er, weil mich diese Leute schon sehr gepeinigt haben, einmal sind ihre vier auf einmal zu mir auf den Turm gekommen und haben mir Dinge gesagt, die ich damals gar nicht verstanden habe, zum Beispiel, dass Gott alles aus nichts geschaffen. Wenn ich um Erläuterung bat, so schrien alle zusammen und jeder fragte etwas anderes. Als ich ihnen sagte, dass alles verstehe ich jetzt noch nicht ich müsse zuerst lesen und schreiben lernen, so antworteten sie mir, jene Dinge müsse man zuerst lernen. Auch sind sie nicht eher fortgegangen, bis ich ihnen das Verlangen zu erkennen gab, sie möchten mich doch endlich einmal in Ruhe lassen. In Kirchen war es daher Kaspern ebenfalls gar nicht wohl zumute. Die Kruzifixe darin erregten ihm ein entsetzliches Schaudern, in dem seine Vorstellung noch lange Zeit den Bildern unwillkürlich Leben verlieh. Das Singen der Gemeinde dünkte ihm ein widerliches Schreien. Zuerst sagte er einmal nach einem Kirchenbesuche schreien die Leute und wenn diese aufhören fängt der Pfarrer zu schreien an. Ende von Abschnitt 6 Gelesen von Eva K. Abschnitt 7 von Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Lissi Schneider Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen Von Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach Abschnitt 7 Kaspar Haussers Gesundheit hatte unter sorgfältiger Pflege der würdigen daumerschen Familie bei zweckmäßiger Leibesbewegung und angemessener Beschäftigung bedeutend gewonnen. Er lernte fleißig, nahm zu an allerlei Kenntnissen, machte Fortschritte im Rechnen und Schreiben und brachte es im letzten bald so weit, dass er ungefähr im Sommer 1829 es unternehmen konnte, dem Verlangen seiner Vorgesetzten entsprechend die Erinnerungen seines Lebens in einen schriftlichen Aufsatz zu bringen. Diesen ersten Versuch eigener Darstellung seiner Gedanken, so gewiss er nur als Urkunde seiner lange zurückgehaltenen Bildung und der Durftigkeit und Ungelenkigkeit seines noch ganz kinderhaften Geistes gelten konnte, betrachtete gleichwohl er selbst mit den Augen eines jungen Autors, der sein erstes Federprodukt aus der Presse hervorgehen sieht. In seinem Schriftsteller Kitzel wurde die sogenannte Lebensbeschreibung den ihn besuchenden Einheimischen und Fremden vorgezeigt und bald erzählte man sogar in mehreren öffentlichen Blättern Kaspar Hauser arbeite an seiner Lebensbeschreibung. Sehr wahrscheinlich, dass gerade dieses Gerücht die Katastrophe herbeiführte, die bald nachher, im Oktober desselben Jahres 1829 seinem kurzen Leben ein tragisches Ende zu bereiten die Absicht hatte. Kaspar Hauser, wenn es erlaubt ist, hier Vermutungen einzuflechten, war dem oder denjenigen, die ihn im Verborgenen verwahrten, endlich zur gefährlichen Last geworden. Das Kind, das man lange gefüttert hatte, war zum Knaben, endlich zum Jüngling herangewachsen. Er fing an, unruhig zu werden, es regten sich seine Kräfte, er machte schon zu Wallen Lärm und musste durch empfindliche Schläge, wovon er noch die frischen Spuren nach Nürnberg mitbrachte, zur Ruhe gebracht werden. Warum man sich seiner nicht auf anderem Weg entledigte, warum man ihn nicht tötete, warum man ihn überhaupt nicht schon als Kind aus der Welt geschafft, ob er nicht vielleicht seinem Werte in mörderischer Absicht übergeben worden, dieser aber entweder aus Mitleid oder um gewisse dem auf die Gefahr beim Leben erhalten und aufgefüttert habe, bleibt der Vermutung eines jeden Preis gegeben. Indessen die Zeit war gekommen oder vielmehr sie war nicht gekommen. Der Verheimlichte konnte nicht länger verborgen gehalten werden. Man musste seiner auf irgendeine Weise loszuwerden suchen und schaffte ihn im Bettlergewand nach Nürnberg, wo er, wie man hoffte, als Vagabund oder Blödsinniger in irgendeiner öffentlichen als Soldat in einem Regiment verschwinden sollte. Gegen alle Erwartung traf keine dieser Berechnungen ein. Der unbekannte Findling gewann sich menschliche Teilnahme, wurde Gegenstand öffentlicher allgemeiner Aufmerksamkeit. Die Tagblätter füllten sich mit Nachrichten und Nachfragen über den rätselhaften jungen Mann. Erst ein Adoptivkind Nürnbergs, wofür ihn der Magistrat dieser Stadt in seiner öffentlichen Bekanntmachung erklärt hatte, wird er endlich sogar Allerorten von Caspars geistige Entwicklung, man erzählt dem Publikum Wunder von seinen Fortschritten und nun schreibt sogar dieser Halbmensch seine Lebensbeschreibung. Wer sein Leben beschreibt, muss von seinem Leben etwas zu erzählen wissen. Es musste daher denen, die alle Ursache hatten, in der Dunkelheit zu bleiben, welche sie um sich selbst und die zu ihnen führenden Spuren gezogen hatten, bei der Nachricht von einer Autobiografie Caspars etwas eng um die Brust werden. Der Plan, den armen Kaspar in den Wellen der ihm fremden Welt lebendig zu begraben, war vereitelt. Und nun erst wurde, wie die geheimen Verbrecher glauben mochten, Caspars Ermordung für sie eine Art von Not wehr. Kaspar pflegte vormittags von elf bis zwölf Uhr außer dem Haus eine Rechnungsstunde zu besuchen. Aber am Professor Daumer machte um diese Zeit einen Spaziergang und außer Kaspar, den man auf seinem Zimmer wusste, blieb niemand in der daumerschen Wohnung zurück, als Daumers Frau Mutter und dessen Schwester, die um diese Zeit mit Reinigung des Hauses beschäftigt war. Das Haus, in welchem Kaspar bei Daumer wohnte, liegt in einem entfernten, wenig besuchten Teil der Stadt, auf einem außerordentlich großen, Kaum übersehbaren Öden Platz. Das Haus, nach alter Nürnberger Bauart äußerst unregelmäßig gebaut, voll Ecken und Winkel, besteht aus einem Vordergebäude, welches der Hausherr bewohnte, und einem Hintergebäude, in welchem die daumersche Familie ihre Wohnung hatte. Eine eigene Haustüre führt über einen, den Hofraum von zwei Seiten einschließenden Gang zur Treppe des daumerschen Quartiers und auf jenem Gang ist, nebst einem Holzstall, Geflügelraum und anderen ähnlichen Behältnissen, dicht unter einer Wendeltreppe, in einem Winkel ein sehr niedriger, schmaler, enger Abtritt. Der ohnehin kleine Raum, in welchem sich der Abtritt befindet, war durch eine davorstehende spanische Wand noch mehr verengt. So oft Kaspar dieses heimliche Gemach besuchen wollte, legte er nach seiner Gewohnheit aus Reinlichkeitsliebe immer erst Rock und Weste auf seinem Hemd mit nacktem Hals auf jenes Gemach. Noch ist zu bemerken, dass wer auf dem eben bezeichneten Gang zu Ebener Erde, allenfalls in der Nähe der Holzkammer sich befindet, sehr gut beobachten kann, wer von der Treppe herabkommt und auf den Abtritt geht. Als gegen 12 Uhr des oben bemerkten Tages die Schwester des Professor Daumer, Katharina, mit Fegen der Wohnung beschäftigt war, wurde sie auf der Treppe, die von dem ersten Stockwerk nach dem Hof führt, mehrere Blutflecken und blutige Fußspuren gewahr, die sie sogleich aufwischte, ohne sich dabei etwas besonders Arges zu denken. Sie meinte, Kaspar möge auf der Treppe aus der Nase geblutet haben und ging auf dessen Zimmer, um ihn darüber zur Rede zu stellen. Sie fand Kaspar nicht, wohl aber bemerkte sie in dessen Stube nahe der Türe ebenfalls ein paar blutige Fußtritte. Nachdem sie wieder die Treppe herabgegangen war, um auch den oben bezeichneten Gang im Hofe zu fegen, fehlen ihr abermals einzelne Blutspuren auf dem Steinpflaster dieses Ganges in die Augen. Sie kam bis zum Abtritt und hier lag ein ganzer dicker Haufen gestockten Bluts, das sie der eben herbeikommenden Tochter des Hausherrn zeigte, welche meinte, es sei dieses Blut von einer Katze, welche hier ihre Jungen geworfen habe. Daumers Schwester, welche dieses Blut sogleich hinweg schwemmte, war nun umso mehr in der Meinung bestärkt, Hauser habe die Unreinlichkeit auf der Treppe gemacht. Er müsse in diese Blutlache getreten sein und beim Hinaufgehen seine Füße nicht zuvor gereinigt haben. Es war bereits zwölf Uhr vorüber, der Tisch war gedeckt und Kasper, der sonst immer um diese Stunde pünktlich zum Essen kam, blieb diesmal aus. Die Mutter des Professor Daumer ging daher aus ihrem Zimmer herab, um Kasper zu rufen, fand ihn aber auf seiner Stube ebenso wenig als zuvor ihre Tochter. Frau Daumer sah an der Wand seinen Rock hängen und auf dem Klavier seine Chemisette, Halsbinde und Weste. Sie schloss hieraus für gewiss, ihr Zimmer begeben, als ihr eine Nässe auf der Kellertür auffiel, die ihr wie Blut vorkam. Schlimmes ahnend hob sie die Kellertür auf, bemerkte auf allen Kellerstufen teils Blutstropfen, teils größere Blutflecken, stieg nun bis zur untersten Stufe hinab und sah von hier aus in dem von Wasser angefüllten Keller in einem Winkel etwas Weißes aus der Ferne schimmern. Frau Kaum hatte diese auf den bezeichneten Gegenstand hingeleuchtet, so rief sie Da liegt der Kaspar tot! Die Magd und der Sohn des Hausherrn, der indessen ebenfalls herbeigekommen war, hoben nun Kaspar, der kein Lebenszeichen von sich gab und dessen toten bleiches Gesicht mit Blut bedeckt war vom Boden auf und trugen ihn aus dem Keller. Oben angekommen gab er durch ein gewaltiges Mann! Er wurde sogleich in das Bett gebracht, wo er mit geschlossenen Augen von Zeit zu Zeit folgende abgebrochene Worte und Sätze bald schrie, bald vor sich hin murmelte. Mutter, Professor erzählen, Abtritt, Mann schlagen, schwarzer Mann wie Kuchen. Fußnote bezieht sich auf einen Fall, wo Kaspar von dem Kaminkehrer, der in der Küche fegte, sehr erschreckt worden war. Ende der Fußnote Mutter sagen nicht funden mein Zimmer in den Keller verstecken Es überfiel ihn hier auf ein gewaltiger Fieberfrost, der bald in heftigere Paroxysmen endlich in völlige Tobsucht überging, in welcher einige starke Männer Mühe hatten ihn zu halten. In seinen Wutkrämpfen bis er von einer Porzellantasse, worin man ihm ein warmes Getränk beizubringen suchte, ein ganzes Stück heraus und schluckte es mit dem Getränk in sich hinein. Beinahe 48 Stunden befand er sich im Zustand vollkommener Geistesabwesenheit. In seinen Delirien während der Nacht sprach er von Zeit zu Zeit folgende abgebrochene Sätze vor sich hin. Herrn Bürgermeister sagen nicht einsperren Mann weg Mann kommt Glocke weg Ich nach Fürth herunterreiten nicht nach Erlangen in Wallfisch Nicht umbringen nicht sterben Meine Not oft verrichten Nicht umbringen Haus er wo gewesen Nicht nach Fürth heute Nicht mehr fort Schon Kopf weh Nicht nach Erlangen in Wallfisch Der Mann mich umbringen Weg Nicht umbringen Ich alle Menschen lieb Niemand nichts tan Frau Bürgermeisterin helfen Mann dich auch lieb Nicht umbringen Warum Mann mich umbringen Ich auch gerne lebe Warum du mich umbringen Ich dir niemals was tan Mich nicht umbringen Ich doch bitten dass du nicht eingesperrt wirst Hast mich niemals herausgetan aus meinem Gefängnis Du mich gar umbringen Du mich zuerst umgebracht Ich verstanden was Leben ist Du musst sagen warum mich eingesperrt hast gehabt und so weiter Die meisten dieser Sätze wiederholte er sehr oft unordentlich durcheinander Die von dem Untersuchungsgericht dem die Polizeibehörde endlich jetzt die Behandlung der hauserischen Angelegenheit überlassen hatte unter Zuziehung des Stadtgerichts Physikus Dr. Preu am 20. Oktober vorgenommen mit Besichtigung Hausers gewährte folgendes Ergebnis Man fand die Stirn des im Bette liegenden Hauser in der Mitte durch eine scharfe Wunde verletzt über deren Größe und Beschaffenheit der Gerichtsarzt nachstehendes Visum et Repertum zu Protokoll gab Zitat Viertellinie bemerken Doch ist dieser am linken Ende etwas breiter als im ganzen Verlauf der Wunde daher angenommen werden muss dass sie hier am tiefsten eingedrungen Was die Entstehung der eben beschriebenen Wunde betrifft so ist solche unverkennbar mit einem sehr schneidenden Instrumente mittels Hieb oder Stoß dem Hauser beigebracht worden Die scharfen Ränder der Wunde sprechen für die scharfe Schneide des Instruments Das gleiche Auslaufen der Wunde bezeichnet deren Entstehung durch Hieb oder Stoß in Klammern Fragezeichen weil wenn die Wunde reingeschnitten worden wäre Anfang und Ende seichter und schmäler die Mitte aber tiefer und eben darum klaffender erscheinen müsste Am wahrscheinlichsten ist aber ihre Entstehung mittels Hiebs weil beim Stoß mehr Quetschung der zunächst anliegenden Teile bemerkt worden wäre und so weiter Zitat Ende Die Wunde war wie der Arzt erklärte an und für sich unbedeutend und hätte an jeder anderen Person leicht in sechs Tagen geheilt werden können Allein bei Kaspars höchst reizbarem Nervensystem war er erst nach 22 Tagen von den Folgen der Verwundung genießen Kaspar erzählt das Ereignis im Wesentlichen wie folgt Zitat Am 17. hatte ich die Rechnungsstunde die ich täglich bei Herrn E. von 11 bis 12 Uhr zu besuchen pflegte aussetzen müssen Ich hatte nämlich eine Stunde zuvor als ich Herrn Dr. Preu besucht hatte von diesem eine Welschen Nuss erhalten und fühlte mich darauf obgleich ich kaum den vierten Teil davon genossen hatte höchst unwohl Herr Professor Daumer den ich hier von in Kenntnis gesetzt hatte befahl mir diesmal meine gewöhnliche Stunde nicht zu besuchen sondern zu Hause zu bleiben Herr Professor Daumer ging aus ich verfügte mich auf meine Stube Ich wollte mich mit Schreiben etwas beschäftigen aber Leibschmerzen verhinderten mich daran und ein natürliches Bedürfnis nötigte mich auf den Abtritt zu gehen Wegen Leibreisens musste ich mich länger als eine halbe Viertelstunde auf dem Abtritt aufhalten wo ich zuletzt von der unteren Holzkammer her ein Geräusch vernahm demjenigen ähnlich welches mit der Eröffnung dieser Tür gewöhnlich verbunden und mir wohl bekannt ist Auch nahm ich vom Abtritt aus einen leisen Ton der Haustürglocke wahr welcher mir jedoch nicht vom Anschellen sondern von unmittelbarer Berührung der Glocke selbst her zu rühren schien Gleich nachher hörte ich leise Fußtritte vom unteren Gang her und und zugleich aus dem aus dem engen Abtritt etwas hervor streckte stand plötzlich der schwarze Mann vor mir und gab mir einen Schlag auf den Kopf infolgedessen ich sogleich mit dem ganzen Körper auf den Boden vor dem Abtritt niederfiel Klammer auf nun folgt die Beschreibung des Mannes welche nicht wohl mitteilbar ist Klammer zu vom Gesicht und von den Haaren dieses Mannes konnte ich gar nichts wahrnehmen denn er war verschleiert und zwar wie ich glaube mit einem über den ganzen Kopf gezogenen schwarzen seidenen Tuche nachdem ich geraume Zeit bewusstlos gelegen sein muss kam ich endlich wieder zu mir spürte etwas warmes mir über das Gesicht laufen und griff nach der Stirn mit beiden Händen die hierauf blutig wurden Erschreckt hierüber wollte ich zur Mutter hinauf Fußnote so nennt er immer seine Pflegmutter die Mutter des Professor Daumer Fußnote Ende kam aber in der Verwirrung und Angst denn ich fürchtete immer der Mann der mich geschlagen sei noch im Haus und werde zum zweiten Mal über mich kommen statt zur Tür der Mutter an den Kleiderschrank vor meiner Stube Fußnote jeder Schritt und Tritt Kaspars in der folgenden Erzählung wurde durch Blutspur nachgewiesen Fußnote Ende hier verging mir das Gesicht und ich suchte mich durch Anhalten mit der Hand am Schranke aufrecht zu erhalten Fußnote die Blutspuren am Schranke waren noch einige Tage zu sehen Fußnote Ende als wieder unten im Gang als ich die Kellertür erblickte gab mir die Angst den Gedanken ein mich im Keller zu verstecken die Falltür des Kellers war zu wie ich die Kraft erlangt habe die schwere Falltür aufzuheben ist mir bis zur Stunde unbegreiflich gleichwohl tat ich es und schlupfte in den Keller hinein Fußnote die Wirkungen des Schreckens und der Angst wie treffend wahr und naturgemäß sich verkrochen dass er selbst zuvor diese Kellertür aufheben musste und wirklich aufgehoben hat ist eine nicht zu bezweifelnde Tatsache ebenso gewiss ist es aber auch dass dem Schwächling Kaspar die herkulische Arbeit des Aufhebens der Kellertür zu jeder anderen Zeit unter anderen Voraussetzungen ganz unmöglich gewesen sein würde Fußnote Ende Durch das im Keller befindliche kalte Wasser in das ich hinein musste kam ich zu besserem Bewusstsein Ich bemerkte einen trockenen Fleck auf dem Boden des Kellers und ließ mich da selbst nieder Ich hatte mich kaum niedergelassen als ich zwölf Uhr läuten hörte Da dachte ich bei mir Nun bist du hier so ganz verlassen Es wird dich hier niemand finden und du wirst hier umkommen Dieser Gedanke füllte meine Augen mit Tränen bis mich Erbrechen überfiel und ich hierauf das Bewusstsein verlor Als ich mein Bewusstsein wiedererlangt hatte fand ich mich in meiner Stube auf dem Bette und die Mutter neben mir Zitat Ende Was die Art der Verwundung betrifft so vermag ich der Verfasser dieses der Meinung des Gerichtsarztes nicht beizupflichten Ich habe mehrere jedoch zu öffentlicher Mitteilung nicht wohl geeignete Gründe zu glauben dass die Wunde Hausers weder durch Hieb noch durch Stoß weder mit einem Säbel noch mit einem Beil noch mit einem Meißel noch mit einem gewöhnlichen zum Schneiden bestimmten Messer sondern mit einem anderen scharf schneidenden bekannten Werkzeuge zugefügt worden und dass es bei dieser Verwundung nicht auf die Stirne sondern auf den Hals abgesehen gewesen welcher aber weil Kaspar bei Erblickung des Mannes und der nach seinem Hals sich plötzlich ausstreckenden bewährten Faust instinktmäßig mit dem Kopf sich bückte vom Kinn bedeckt den Streich von sich hinweg zur Stirn hinauf leitete der Täter konnte da Kaspar sogleich blutend zusammenstürzte sein Werk für gelungen halten und dürfte auch da er Vermöge der Beschaffenheit des Orts jeden Augenblick befürchten musste von irgendjemand betroffen zu werden nicht länger bei seinem Opfer verweilen um nachzusehen ob alles recht gelungen sei und falls es nicht gelungen wäre das Unvollendete zu vollbringen so kam Kaspar mit seiner Stirnwunde davon bald ergaben sich auch mehrere Spuren des Täters nachweisende Anzeigungen dahin gehört zum Beispiel dass an dem selben Tag in derselben Stunde wo die Tat geschehen der von Kaspar beschriebenen Mann gesehen worden ist wie er aus dem daumerschen Hause sich wieder entfernte dass um dieselbe Zeit dieselbe von Kaspar beschriebene wohlgekleidete Person gesehen worden ist wie sie nicht sehr weit vom daumerschen Hause in den auf der Straße stehenden Wasserkufen sich die wahrscheinlich blutigen Hände gewaschen hat dass ungefähr vier Tage nach der Tat ein eleganter Herr welcher Kleider trug der Stadt zu einer gemeinen eben nach der Stadt gehenden Frau gesellt sich bei dieser angelegentlich nach dem Leben oder Tod des verwundenen Hausers erkundigt hat dann mit dieser Frau bis unter das Tor gegangen ist wo ein die Verwundung Hausers betreffender magistratischer Anschlag zu lesen war und nachdem er ihn gelesen ohne die Stadt zu betreten sich auf höchst verdächtige Weise wieder entfernt hat und so weiter Wenn nun aber die Neu- oder Wissbegier des Lesers noch mehr von mir zu vernehmen wünscht Wenn er mich nach den Ergebnissen der gepflogenen gerichtlichen Untersuchung fragt Wenn er gern wissen möchte nach welchen Richtungen hin jene Spuren geführt haben an welchen Orten die Wünschelrute wirklich angeschlagen hat und was dann weiter geschehen und erfolgt sei so bin ich im Falle antworten zu müssen dass nach den Gesetzen wie nach der Natur der Sache ich dem Schriftsteller nicht erlauben darf öffentlich von Dingen zu reden welche vor der Hand nur noch dem Staatsbeamten zu wissen oder zu vermuten erlaubt sind Übrigens darf ich die Versicherung aussprechen dass die forschende Justiz unter Anwendung aller ihr zu Gebot stehenden Mittel selbst der außergewöhnlichsten ihre Pflichten ebenso rastlos als Allein dem Arme der bürgerlichen Gerechtigkeit sind nicht alle fernen noch alle Höhen und Tiefen erreichbar und bezüglich mancher Orte hinter welchen sie den Riesen eines solchen Verbrechens zu suchen Gründe hat müsste sie um bis zu ihm vorzudringen über Josuas Schlachthörner oder wenigstens über Oberons Horn gebieten können um die mit Pflegeln bewährten hochgewaltigen Kolossen die vor unzerknickt kein Lichtstrahl drängen mag für einige Zeit in ohnmächtige Ruhe zu bannen doch was verübt die schwarze Mitternacht wird endlich wenn es tagt ans Sonnenlicht gebracht Ende von Abschnitt 7 Aufgenommen von Lissi Schneider Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox aufgenommen von Rekala Detmold Kaspar Hauser Beispiel eines Verbrechens am Seelenleben des Menschen von Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach Abschnitt 8 Träte Kaspar welcher jetzt zu den gesitteten Menschen von Lebensart gerechnet werden darf unerkannt in eine gemischte Gesellschaft so würde er bald jedermann als eine befremdende Erscheinung auffallen sein Gesicht in welchem die weichen Züge eines Kindes mit den eckigen Formen des Mannes und einigen leicht gezogenen Furchen vorzeitigen Alters herzgewinnende Freundlichkeit mit bedächtlichem Ernst und einem leichten Anflug von Melancholie sich vermischen seine Naivität zutrauliche Offenheit und oft mehr als kindische Unerfahrenheit verbunden mit einer gewissen Art von Altklugheit und vornehmer doch ungezwungener Gravität im Reden und Benehmen dann die Schwerfälligkeit seiner zuweilen nach Worten suchenden oft fremdklingenden harten Sprache bei der Steifheit seiner Haltung und der Ungelenkigkeit seiner Bewegungen lassen in jedem beobachtungsfähigen Auge als ein Gemisch von Kind Jüngling und Mann erscheinen ohne dass man sobald mit sich einig werden könnte welcher Altersstufe dieser einnehmende Mischling wirklich angehöre Fußnote das diesem Werke beigegebene nach dem Original Gemälde des Herrn Greil verfertigte Bildnis ist zwar sprechend ähnlich zeigt aber nur den heiteren freundlich lächelnden Kaspar seit Verfertigung dieses Bildnisses hat er sich merklich verändert Sorgen Gram und Verdruss haben die spärlichen Überreste verkümmerte Jugendblüte fast gänzlich abgestreift auf seiner Stirn und um die Augen bilden sich Furchen seine Backen werden hängend die Gesichtsfarbe spielt ins Fahle er ist ein im Finstern gezogenes Gewächs das zu spät ins Sonnenlicht gebracht nur auf kurze Zeit die Knospen einer Blüte zeigt und bald verwelkt Ende der Fußnote in seinem Geist regt sich nichts von Genialität nicht einem ausgezeichneten Talent Fußnote außer zum Reiten dass er noch immer leidenschaftlich lebt An Gewandtheit und Eleganz im Reiten wie im Aufsitzen und Absitzen kann er es wohl mit dem geschicktesten Stallmeister aufnehmen Mehreren unserer ausgezeichnetsten Offiziere ist Caspar in dieser Beziehung ein Gegenstand der Verwunderung Ende der Fußnote Was er lernt verdankt er beharrlichem hartnäckigen Fleiß Auch jener wild lodernde Feuereifer womit er anfangs die Pforten alles Wissens sprengen zu wollen schien ist längst gedämpft beinahe erloschen In allem was er unternimmt bleibt er entweder beim Anfang oder bei der Mittelmäßigkeit stehen ohne ein Fünkchen Fantasie unfähig irgendeinen Witz zu machen oder nur eine bildliche Redensart zu verstehen ist er von trockenem aber kerngesundem Menschenverstand und bezüglich aller Dinge die zunächst seine Person betreffen oder innerhalb des eng begrenzten Kreises seiner dürftigen Kenntnisse und Erfahrungen liegen von so richtig treffendem Urteil und Scharfsinn dass er damit manchen gelehrten Schulfuchs beschämen oder in Verlegenheit bringen könnte An Verstand ein Mann an Einsichten ein kleiner Knabe in manchem noch weniger als ein Kind zeigt sein Reden und Benehmen oft eine seltsam kontrastierende Mischung von Männlichkeit und kindischem Wesen mit ernsthafter Miene und im Tone großer Wichtigkeit tut er nicht selten Äußerungen die bei jedem anderen desselben Alters dumm oder läppisch heißen würden aus seinem Mund aber immer ein wehmütig mitleidiges Lächeln sich erzwingen ganz possierlich nimmt es sich besonders aus wenn er von seinen künftigen Lebensplanen spricht von der Art wie er wenn er einmal etwas Rechtes gelernt und Geld verdient habe sich einrichten und mit seiner Frau die er als einen notwendigen Hausrat betrachtet es halten wolle unter einer Ehefrau weiß er sich nichts anders zu denken als eine Haushälterin oder Obermarkt die man so lange behält als sie taugt und wieder fortschickt wenn sie öfters die Suppe versalzen die Hemden nicht ordentlich geflickt die Kleider nicht gehörig reingebürstet hat und so weiter mild sanft ohne lasterhafte Neigungen ohne Leidenschaften und Affekte gleicht sein immer sich gleichbleibendes stilles Gemüt einem spiegelglatten See in der Ruhe einer Mondschein Nacht unfähig einem Tier wehzutun mitleidig gegen den Wurm den er zu zertreten fürchtet dabei furchtsam bis zur Feigheit wird er gleichwohl rücksichtslos sogar schonungslos nach seinem Sinne handeln sobald es gilt einmal gefasste für recht erkannte Vorsätze zu behaupten und durchzusetzen Fußnote besonders seit dem an ihm verübten Mordversuch Ende der Fußnote fühlt 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 sich in seiner Lage bedrückt so wird er lange dulden schweigen dem beschwerlichen auszubeugen oder dieses durch milde Vorstellungen zu ändern suchen endlich aber wenn nichts helfen will sobald dazu die Gelegenheit sich bietet die hemmenden Bande ganz gelassen abstreifen ohne demjenigen der ihm damit wehe getan dafür nachzuzürnen er ist gehorsam willig nachgebend aber wer ihm mit unrecht etwas schuld gibt oder als wahr behauptet was er für unwahr hält erwarte nicht dass er aus bloßer Gefälligkeit oder anderen Rücksichten in das Unrecht oder in die Unwahrheit sich bequeme er wird bescheiden doch immer fest bei seinem Recht stehen bleiben und allenfalls wenn der andere hartnäckig gegen ihn das Feld behaupten will schweigend davon gehen als reifer jüngling der seine kindheit und jugend verschlafen zu alt um noch als kind zu kindisch unwissend um als jüngling zu gelten ohne altersgenossen ohne vaterland ohne eltern und verwandte gleichsam das einzige geschöpf seiner gattung erinnert ihn jeder augenblick an seine einsamkeit mitten im gewühl der ihn um drängenden welt an seine ohnmacht schwäche und unbehülflichkeit gegen die macht der über sein schicksal gebietenden umstände vor allem an die abhängigkeit seiner person von der gunst oder ungunst der menschen daher seine ihm gleichsam zur notwehr abgedrungene fertigkeit in beobachtung der menschen sein umsichtiger scharfblick womit er schnell ihre eigentümlichkeiten und schwächen auffasst die klugheit von übelwollenden schlauheit oder pfiffigkeit genannt womit er sich in diejenigen die ihm wohl oder wehe tun können zu bequemen anstößen auszubeugen sich gefällig zu erweisen seine wünsche geschickt anzubringen den guten willen seiner gönner und freunde sich dienstbar zu machen weiß kinder streiche mutwille possen sind ebenso wenig von ihm zu erzählen als beispiele von bosheit und tücke für die ersten ist er zu ernsthaft und kalt verständig für die letzten zu gutmütig und bis zur pedanterei rechtlich einer der größten missgriffe in der erziehung und bildung dieses menschen war unstreitig dass man statt ihm eine seiner eigentümlichkeit angemessene gemein menschliche bildung zu geben ihn seit einigen jahren auf das gymnasium schickte und ihn obendrein sogleich in einer höheren klasse den anfang machen ließ fußnote aus welcher lage er jedoch während ich dieses werkchen schrieb durch die großmut des edlen grafens stanhope der ihn als seinen pflegsohn förmlich angenommen endlich erlöst worden ist er lebt jetzt zu ansbach wo er einem tüchtigen schullehrer übergeben wurde in dessen häuslicher pflege er sich zugleich befindet später wird er seinem geliebten pflegvater unter sicherer begleitung nach england folgen ende der fußnote dieser arme verwahrloste jüngling der erst seit kurzem den ersten blick in die welt getan und noch nachzuholen hatte was unsere kinder schon an der mutterbrust im schoß ihrer wärterinnen lernen musste auf einmal mit der lateinischen grammatik mit lateinischen exerzitien mit cornelius nepos und endlich gar mit caesar de bello gallico seinen kopf zermatern in lateinische schulschrauben eingezwängt erlitt nunmehr sein geist gleichsam seine zweite gefangenschaft wie früher die kerkermauern sperrten ihn jetzt die bestaubten wände der schulstube von der natur und dem leben aus statt nützlicher dinge gab man ihm worte und phrasen deren sinn und beziehung er nicht zu begreifen fähig war und verlängerte so auf das wieder natürlichste von neuem seine kindheit während er an dürrem schulkram seine zeit und seine ohnehin geringen kräfte vergeuden musste darrte er fortwährend an der notdürftigsten kenntnis von dingen die seine seele nähren und erfreuen seinem wunden gemüt einigen ersatz für die verlorene jugend gewähren und ihm zur grundlage für irgendeinen künftigen beruf dienen konnten ich weiß gar nicht sagte er öfters in unmut und halber verzweiflung wozu ich alle die lateinische sachen brauchen soll da ich doch kein pfarrer werden kann und kein pfarrer werden mag als ihm einst hierauf ein pedant erwiderte das erlernen der lateinischen sprache sei ihm der deutschen sprache wegen unentbehrlich um gründlich deutsch zu lernen müsse man gründlich latein gelernt haben erwiderte sein gesunder menschenverstand ob denn auch die römer deutsch hätten lernen müssen um gründlich lateinisch sprechen und schreiben zu können wie das latein zu caspar caspar zum latein passte mag man daraus abnehmen dass dieser bärtige lateiner als er im frühjahr 1831 bei mir lebte noch nicht einmal die erfahrung gemacht hatte dass gegenstände des gesichts in der entfernung kleiner scheinen als sie wirklich sind er war ganz befremdet darüber dass die bäume einer allee in der ich mit ihm spazieren ging immer kleiner und niedriger seien und der weg in der ferne immer schmaler so dass man am ende gar nicht mehr hindurch gehen könne er hatte so etwas zu nürnberg noch nicht beobachtet und geriet wie über eine zauberei in erstaunen als er mit mir die allee hinabgehend endlich fand dass jeder dieser bäume gleich hoch und der weg überall gleich breit sei das drückende gefühl von seiner unwissenheit unbehelflichkeit und abhängigkeit die überzeugung dass er nie im stande sein werde die verlorene jugend wieder einzubringen seinen altersgenossen gleich zu kommen und ein in der welt brauchbarer mensch zu werden dass man mit seiner jugend ihm nicht bloß den schönsten teil des menschenlebens genommen sondern auch sein ganzes übriges leben ihm verkümmert und verkrüppelt habe endlich zu diesem all noch der grausenhafte gedanke dass dem kümmerlichen rest seiner ihm gefristeten tage jeden augenblick ein unsichtbares mordbeil ein geheimes banditenmesser drohe dies ist der schwere inhalt der seine stirn umziehenden trauerwolken die wenn äußere anlässe sie verdichten nicht selten in tränen und wehmütigen klagen sich ergießen zur zeit seines aufenthalts bei mir nahm ich ihn öfters mit mir auf meine spaziergänge und führte ihn einst an einem freundlichen morgen auf einen unserer sogenannten berge von wo aus sich über die zu den füßen liegende niedliche stadt und das liebliche von anhöhen begrenzte tal eine schöne heitere aussicht öffnet kaspar anfangs von diesem anblick sehr erfreut wurde bald still und traurig meiner frage um die ursache seiner veränderten stimmung antwortete er ich denke mir eben wie es doch so viel schönes auf der welt gibt und wie hart es für mich ist so lange schon gelebt und nichts davon gesehen zu haben und wie glücklich die kinder sind die alles dies von ihren ersten jahren ansehen konnten und noch immer sehen können ich bin schon so alt und muss immer noch lernen was lange schon die kinder wissen ich wollte ich wäre nie aus meinem käfig gekommen wer mich hineingetan hätte mich auch darin lassen sollen dann hätte ich von all dem nichts gewusst und hätte nichts vermisst und hätte keinen jammer darüber gehabt dass ich kein kind gewesen und zu spät auf die welt gekommen bin ich suchte ihn damit zu beruhigen dass ich ihm sagte als die schönheiten der natur betreffe so habe er nicht eben ursache sich im vergleich mit unseren kindern und mit den menschen die seit ihrer kindheit auf der welt seien zu beklagen die meisten menschen unter diesen herrlichkeiten aufgewachsen betrachten sie als etwas gewöhnliches alltägliches mit gleichgültigen augen nehmen diese stumpfheit durch ihr ganzes leben mit sich und empfänden in der regel bei den wundern der natur nicht mehr als das tier auf der weide ihm aber caspar der als jüngling in die ihm neue welt getreten seien diese genüsse in aller ihrer frische und reinheit vorbehalten geblieben und hierin habe er einen nicht geringen ersatz für den verlust der frühen jahre und einen bedeutenden vorzug vor anderen menschen gewonnen er erwiderte mir nichts und schien wo nicht überzeugt doch einigermaßen getröstet doch wird er zu keiner zeit jemals über sein schicksal ganz zu trösten sein er ist ein zartes bäumchen dem man seine krone genommen dessen herzwurzel ein wurm zernagt bei solchen stimmungen in solchem gefühl von seiner lage musste wohl die religion glaube an gott und gläubiges hoffen auf die vorsehung eingang in seine des trostes bedürftige seele finden er ist jetzt im echten sinne des wortes ein frommer mensch spricht mit andacht von gott und beschäftigt sich gerne mit vernünftigen erbauungsschriften aber freilich würde er auf keines der symbolischen bücher schwören und noch weniger in einer andächtigen gesellschaft von hengsten berg und kompanie sich behaglich fühlen fußnote er wurde in der religion erzogen zu welcher die mehrheit der bewohner nürnberg sich bekennt nämlich in der lutherisch evangelischen ende der fußnote bei zeiten den ammen märchen der wärterinnen entrückt als kind begraben als reifer jüngling zu frischem leben auferstanden brachte er eine von vorstellungen leere aber auch von allen vorurteilen reine von jedem aber glauben freie seele mit auf die welt des lichts er dem es anfangs so schwer war seines eigenen geistes sich bewusst zu werden ist noch viel weniger fähig und geneigt gespenstige geister sich zu denken über den glauben an gespenster spottet er als über die unbegreiflichste aller menschlichen albernheiten und fürchtet nichts als den unsichtbaren geheimen unheimlichen dessen mordwerkzeug er empfunden hat gäbe man ihm bürgschaft dass er gegen diesen mann gesichert sei so würde er zu jeder stunde der nacht auf einen kirchhof gehen und ohne grauen über gräbern schlafen seine lebensweise ist jetzt fast ganz die gewöhnliche anderer menschen er genießt ausgenommen schweinefleisch alle arten von speisen doch ohne hitzige gewürze sein liebstes gewürz bleiben kümmel fenchel und koriander sein getränke besteht noch immer in wasser nur morgens wird dieses von einer tasse gesundheitsschokolade vertreten alle gegorenen getränke bier wein wie auch tee und kaffee sind ihm fortwährend ein gräuel und würden wollte man ihm davon einen tropfen aufnötigen ihn unfehlbar krank machen die außerordentliche fast übernatürliche erhöhung seiner sinne hat ebenfalls gegenwärtig ganz nachgelassen und ist beinahe auf das gewöhnliche maß herab gestimmt er sieht zwar noch immer im dunkeln so dass es für ihn keine wahre nacht sondern nur dämmerung gibt doch ist er nicht mehr imstande im finstern wie sonst zu lesen oder in weiter entfernung die kleinsten gegenstände zu erkennen während er ehemals bei dunkler nacht weit besser und schärfer sah als bei tag ist es jetzt umgekehrt gleich anderen menschen verträgt und liebt er nun das sonnenlicht das nicht mehr wie sonst seine augen verwundet von der riesenhaftigkeit seines gedächtnisses und anderen staunenswürdigen eigenschaften ist keine spur mehr zu finden nichts außerordentliches ist mehr an ihm als das außerordentliche seines schicksals und seine unbeschreibliche güte und lebenswürdigkeit ende von abschnitt acht aufgenommen von ricarda detmold ende von caspar hauser beispiel eines verbrechens am seelenleben des menschen von paul johann anselm ritter von feuerbach auf jeden tag ein ein hoher auf ab 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 Vielen Dank.